So, und damit herzlich willkommen bei der nächsten Folge des Shisha-Cast. Natürlich bin ich wie immer nicht alleine, sondern hab den Lieben. Ich wollte euch kurz verarschen. Marvin dabei. Hallo, guten Tag, grüße Sie. Guten Tag, ja. Ja? Ja. Achso, okay. Wir auf Tour, very good start. Ja, willkommen zurück, Folge 27, Alex. Es geht Schlag auf Schlag. Der Cast kommt Woche für Woche für Woche für Woche. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jemals bei so einer Frequenz doch ankommen, muss ich sagen. Also, eine Woche haben wir letztens mal wieder ausgelassen. Eine Woche haben wir wieder ausgelassen, aber ich finde, ein Köpfchen pro Woche ist eigentlich schon wirklich verdammt gut. Aber wir merken auch, um einfach ganz transparent und ehrlich zu sein, es ist Freitagabend, halb sechs. Wir haben noch recht geiles Wetter. Zumindest ist die Sonne noch ein bisschen draußen. Und was machen der Alex und ich? Zwei Köpfe an, die Rollläden runter und sperren uns im Studio ein. Genau. Also, manchmal fällt es doch ein klein bisschen schwer. Deswegen, wenn mal eine Folge nicht kommt, seid uns bitte nicht zu böse. Dieses wunderschöne Wetter, was wir hier langsam mal im Frühling in Deutschland bekommen. Erleben dürfen. Erleben dürfen. Dieser helle, glänzende Stern am Himmel kommt wieder raus, hinter den Wolken hervor und verbrennt unsere Haut. Zumindest meine, wenn der Käse weiß. Gut, aber wir haben tatsächlich auch andere Themen als das Wetter. Ja, ausnahmsweise mal, ne? Ausnahmsweise mal. Aber bevor wir zu anderen Themen kommen, fangen wir wieder mal mit den Setups an. Marvin, was hast du denn da Schönes? Ich habe mir, wie beim letzten Mal, man könnte munkeln, die steht halt seit anderthalb Stunden neben mir, die Mose Verity. Bei mir in der Lounge-Variante mit dem kurzen Tauchrohr, Diffusor ist an, dem Mint Sleeve in der langen Version oben drauf, den Blower von der Base oben, den Oblaco Duscher in schwarz, den Onmo HMD drauf. Und als Tabak habe ich reingepackt. Kiwiswoody, Pinkman und saure Würmchen. Die Mischung kenne ich doch irgendwo her. Eventuell hast du die im letzten Shisha-Cast geraucht. Eventuell habe ich die probiert und eventuell hat die mir geschmeckt. Das freut mich doch zu hören. Wieso? Hast du die jetzt erfunden oder was? Ja. Okay. Prox. Patent ist schon beantragt. Patent, ja? Auf eine Tabakmischung? Auf eine Tabakmischung, ja. Ja, gut, da bin ich mal gespannt. Gebrauchsmuster ist... Ja, genau. Ja, ja, verstehe. Gut, und bei dir, Alex, was gibt es da Neues? Ich habe auch mir nochmal die Mose Rarity in der Squad-Variante rausgesucht. Das Ganze auch mit langem Tauchrohr, bei mir mit langer Rauchsäule. Obendrauf habe ich den Stonehooger... Stonehooger HMD, wollte ich gerade sagen. Haben die jetzt auch einen HMD? Ist ja schon wild, oder? Wäre wild, aber haben sie leider nicht. Stonehooger-Bowl-Funnel, Nakrani obendrauf. Hallo. Und gemischt habe ich mir Strollage von Must-Have mit Pinkman von Must-Have und etwas Original Kona von Fuck Your Life. Oh, der Kola, ne? So gut. Moin Meister. So lecker. Der ist echt geil. Also bei mir läuft der wirklich sehr, sehr häufig momentan. Bei mir auch. Mit dem Marokkan-Schminzer. Weißt du, was mein einziges Problem mit dem Kola ist? Dass ich den noch nicht auf einer Darkbase angemischt habe. Das ist wirklich mein einziges Problem, was ich mit diesem Tabak habe. Verstehe ich. Naja, es ist ein hartes Leben. Schönes Wetter, die Köpfe laufen und wir müssen leider, leider einen Shisha-Cars aufnehmen. Das Ding, wir sind ja ein bisschen durch, weil wir waren beide heute Morgen im Training. Ich hatte ja noch einen Besuch bei der Stadt gehabt. Und wie war das so auf der Stadt? War schön, ja? Ey, hör mir bloß auf. Ich habe vor ein paar Tagen einen Termin gehabt und ich hatte die Wahl zwischen Freitag morgen um 9 Uhr oder am 20. Mai. Und dann habe ich den Termin um 9 Uhr genommen. Grüße gehen raus an alle Beamten an der Stelle. Aber es ist auch nicht so aus, ob die jetzt so viel zu tun haben, dass dann der nächste Termin erst... Hör mal, hör mal. Du kennst ja doch genau ihr, ne? Die Faxmaschinen und die Druckers, wenn die mal streiken, dann hast du ein Problem. Hast recht. Und der Kaffee-Alex, der holt sich ja auch nicht von alleine. Und wenn sich gerade der letzte Kollege einen Kaffee geholt hat, dann musst du ja erstmal der Kaffeemaschine eine Viertelstunde zugucken, wie die den nächsten Kaffee macht. Das sah heute wieder so aus, ob die gar nicht arbeiten würden. Die hatten Zeit für hier Läster und so weiter. Ja, also die Lästerstunden, die sind natürlich eingeplant in den Alltag eines Beamten. Das ist wirklich so Paradebeispiele für Beamte. Das ist krass. Also die ganzen Beamtenminste, die sind fast eigentlich wirklich... Wir hatten sie ja vorhin schon davon. Weißt du, was denen wirklich fehlt? So ein bisschen wirtschaftlicher Druck. So ein Kämpfen ums Überleben. Ja, no joke. Das fehlt manchen öffentlichen Einrichtungen einfach. Ja. Naja, egal. Genug über Beamte gelästert, aber das muss auch einfach ab und zu mal sein. Auf jeden Fall, wohin ich eigentlich wollte. Wir sitzen seit... Wie, wohin? Willst du weg? Ja. Wir müssen doch jetzt Kass aufnehmen. Ich würde jetzt schon gerne auf der Terrasse noch ein Kopfchen rauchen. Fühl ich. Ne, wir sitzen ja seit 13 Uhr eigentlich. Wir haben es jetzt 20 vor 6. Also sitzen schon ein bisschen. Natürlich zwischendurch noch was gegessen, aber Planung davor, ihr kennt es ja. Ja. Auf jeden Fall. Da haben wir schon oft genug drüber rumgeheult. Fangen wir doch wieder mit dem Real-Life-Thema an, würde ich sagen. Und da ich dir den ersten Stichpunkt nicht ganz entziffern kann, würde ich das an dich übergeben. Kannst du dir nicht vorstellen, was ESK8 heißt? Ne, also grad spontan nicht nehmen. Würde es dir helfen, wenn ich dir sage, dass zwischen dem E und dem S normal noch ein Bindestrich ist. Versuch das doch mal englisch auszusprechen. E-SK8. Auf englisch. Achso, E-S... E-Skate. Ja, okay. E-Skate, Alex. Die Saison hat angefangen. Ich habe die Boards rausgeholt. Ich habe ja letztes Jahr zwei E-Skates gekauft und bin eine Menge gefahren. Und ich habe nur drauf gewartet, dass sich endlich eine Gelegenheit ergeben wird, damit ich dieses Jahr wieder draufspringen kann. Ja. Und da habe ich mir den guten Mö von Aeon geschnappt. Den Mö. Den Mö, ja. M-O-E ist ja Ö. M-O-E ist Mö. Also heißt er ab heute Mö. Mö, ja. Oder wie nennst du ihn nochmal? Du bist ja Axel bei Mo und Mo ist für dich? Ich nenne ihn mittlerweile Moritz einfach. Rein aus dem Prinzip, weil er nur Mo genannt werden will. Aber der hat nicht so einen Fun-Name wie du Axel heißt? Ne, mir ist noch kein besserer eingefahren. Außer halt drittbester Monkey-Spieler, weil das ist mir zu lang meistens. Ja. Verstehe ich. Gut, auf jeden Fall habe ich mir den Mo geschnappt und habe gesagt, ey Mo, hast du mal Bock auf was Wildes? Kannst du skaten? Und er so, naja. Und ich so, okay, let's go. Dann haben wir uns auf die E-Skates geworfen. Für alle, die es nicht kennen, E-Skates sind Skateboards, also Longboards, um genau zu sein, die unten drunter Elektromotoren, Batterien und einen Electronic Speed Controller, kurz ESC, haben. Dieser ESC ist verbunden mit einer Fernbedienung. Mit der Fernbedienung kannst du Gas geben, dann drehen die E-Motoren und somit auch die Räder. Sprich, du stellst dich auf dein Longboard, du gibst Gas auf der Fernbedienung und dann ballerst du mit, also bis zu 45 Sachen auf deinem Longboard, natürlich nur über Privatwege in Deutschland. Das ist ja ganz klar. Zum Glück hat mein guter Freund Timo ein riesiges Arsenal an Privatwegen. Geradezu erstaunlich, wie viele das sind. Ja, ist schon krass teilweise, wie riesig sein Grundstück eigentlich ist. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also der muss auf jeden Fall Trilliardär sein oder so. Ich glaube auch. Auf jeden Fall können wir da natürlich über die Privatwege vom Timo düsen. Und dann haben wir das auch gemacht. Am Anfang war der Mo noch ein bisschen wackelig, aber der hat das sehr, sehr schnell reingefunden und war dann gut am Start. Und dann sind wir schön mit den E-Skates über Timos Privatwege durch den Sonnenuntergang geskatet. Wie süß. Das war sehr süß. Ja. Kam es auch zum Kuss? Nee. Nicht? Nee, hatte ja jetzt eine Freundin. Das wäre ja Betrug. Ja, aber ich dachte, zwischen euch beiden ist so abgesprochen. Bro, man, nothing really gay about it. I love you in the most heterosexual way. Okay. Jetzt wirst du neidisch, oder? Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen schon, okay. Willst du auch mal eine Runde wieder mit E-Skaten? Ich war ja noch gar nicht. Willst du auch mal eine Runde mit E-Skaten? Ja. Nice, machen wir. Mach mal. Hast du was vor nach dem Cast? Sind geladen und bereit im Keller. Just saying. Just saying. Wolltest du nicht noch einen Batman rein? Ja. Ich will eigentlich den neuen Batman gucken. Aber wir haben ja eben schon zwischen den Casts einmal kurz durchgeguckt. Bei den Kinos, so bei uns in der Gegend. So Frankfurt, Hanau, Offenbach, dies, das. Was mein großes Problem ist, was mein großes Problem ist. Und ich will jetzt nicht diese Special Snowflake, Unicorn und, sorry, I only watch English Content. Machst du ja einen auf Lisa, ja? Ja, genau. Lisa 18 findet sich gerade selbst in Australien so ungefähr. Nee, aber ich mag Synchros einfach nicht. Ich gucke gerne Originalvertonung. Ja gut, da muss man auch dazu sagen, du guckst alles auf Englisch eigentlich. Also sei es... Was Englisch ist. Ja genau, also sei es englisches YouTube, guckst du ja auch extrem viel, aber auch Serien, Filme läuft bei dir eigentlich durchgehend auf Englisch. Mein Computer ist englisch, mein Handy ist englisch, online ist fast alles englisch, YouTube gucke ich super viel englischen Content. Filme gucke ich immer in OV, Serien gucke ich immer in OV, solange OV halt englisch ist. Wenn es deutsch ist, gucke ich deutsch und bei anderen bin ich ja sowieso gezwungen, eine Synchro zu gucken. Ich habe mich da irgendwann nach dem Englisch-Abi dran gewöhnt und habe das einfach immer so weitergemacht. Und am Anfang ist das natürlich ein bisschen schwer, aber wenn du dich dran gewöhnt hast, für mich ist es wirklich exakt das Gleiche, ob ich einen deutschen Film gucke oder einen englischen Film. Also das macht für mich wirklich keinen Unterschied. Ich achte privat gar nicht mehr drauf, ob was deutsch oder englisch ist. Das geht einfach so. Jetzt ist aber das Problem, dass die deutsche Synchro zwar für eine Synchro unglaublich gut gemacht ist, also wir können sehr, sehr glücklich sein in Deutschland, dass die Synchros so extrem nice gemacht werden, den Mundbewegungen angepasst werden, gewisse Schauspieler gewisse Stimmen bekommen und so weiter. Es ist schon alles wirklich sehr geil, aber echt ist halt immer noch geiler. Ja, vor allem, also ich habe das letztens gemerkt, bei mir läuft, wenn ich arbeite, also zu Hause irgendwie Videos schneide oder was anderes mache, läuft super oft einfach irgendeine Serie nebenbei. So einfach, das ist so dieses typische, das was im Raum dudelt. Ja, ja. Und letztens hatte ich mal How I Met Your Mother auf Englisch gehabt und das ist halt vom Soundbild was ganz anderes. Ja. Die deutsche ist halt clean. Da merkst du, das ist im Studio aufgenommen, da hast du kein Hintergrundgeräusch. Genau das ist halt der Punkt. Die nehmen halt diese Spur auf, legen die drüber und im Englischen nehmen sie auf, wie das die Personen sprechen. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwerer, aber für mich ist es vor allem echter und authentischer. Verstehe ich. So, um wieder den Bogen zu spannen und zurück zum eigentlichen Thema zu kommen. Ich hätte heute wirklich extrem gerne den neuen Batman geguckt, aber ich habe kein Kino gefunden, wo er relativ spät in OV läuft. Ja. Und dann ist halt, mich fuckt das dann halt auch wirklich mittlerweile aktiv ab. Ich will eigentlich nicht so sein, dass ich so bin, nee, also ich will eigentlich keine deutschen Filme gucken, aber es stört mich halt einfach wirklich. Also ich mag es einfach nicht mehr, Content auf Deutsch zu gucken. Ja, verstehe ich. Und bevor ich mich jetzt ins Kino setze und dann auf Deutsch den Film gucke und mir alle zehn Minuten denke, hm, hätte ich den nur in OV geguckt. Wäre der Witz besser gekommen, die Aussagen teilweise auf Deutsch sind halt echt stupid. Darum geht es mir ja gar nicht mehr primär. Aber du merkst, wenn du halt OV dann gewöhnt bist und du Synchros siehst, dann fällt dir halt auch einfach ein, dass es genau das ist. Eine nachträgliche Synchronisation. Ja. Und das ist, das macht es dann einfach irgendwann nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie Kamin und Funnel rauchen. Wenn du die ganze Zeit Kamin rauchst, ist das vollkommen in Ordnung für dich. Aber wenn du so ein paar Mal einen richtig geil gebauten Funnel genießen konntest, dann hast du halt auch einfach da wieder Bock drauf. Zumindest die meisten Leute. Ja. Und so ist das halt mit OV, deswegen weiß ich nicht, ob das mit Batman was wird. Ja, aber niemals aufgeben. Motivational Monday mit Alex, ey. Aber niemals aufgeben. Zum Batman-Film. Zum Batman-Film. Alex, das kalte Wasser wird nicht wärmer, je länger man wartet. Kommen wir jetzt wieder in die Wand-Tattoos? Ja. Live, love, laugh. Nee, wie geht der? Doch. Das hat man ja letztes Mal im Stream schon gehabt. Ja. Aber passenderweise zum Motivational Monday, du legst los mit Mobility-Workouts, was ich gesehen hab. Ja, ich bin nämlich, Entschuldigung, Köpfchen. Ich bin nämlich ein absolut unbewegliches Stück Scheiße. Ich auch. Aber ich tu was dagegen. Ich tue nicht. Seit kurz. Das ist ja vielleicht. Du kannst ja mal mitmachen, dann haben wir wenigstens die doppelte Trauershow. Ich hab letztens mit einem aus dem Fitnessstudio gequatscht, der auch relativ gut dabei ist, aber noch ein bisschen dünner als ich. Und dem hab ich das gezeigt, hier mit den Arten. Ich kann's vergessen. Ja. Und... Ihr müsst mal probieren, mit eurer rechten Hand, also wenn ihr jetzt die Video-Version guckt, funktioniert das sehr, sehr gut, mit eurem rechten Arm hinten am Kopf vorbeizugehen, zu euren Schultern, mit dem anderen Arm unten hinterm Rücken nach oben und dann beide Hände zusammenkriegen und in die Hand nehmen, also so ein bisschen so. Also im Video seht ihr es jetzt, aber das halt hinterm Kopf. Digga, keine fucking Chance. Never ever. Es gibt auch, also wie du schon angeschnitten hast, ich mach jetzt jeden Morgen so ein 10-Minuten-Mobility-Ding von Sascha Huber. Ich wollt grad Steffen Huber sagen, hab aber schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Von Sascha Huber. Ähm, und das klappt auch eigentlich ganz gut und es geht gut vorwärts und ich mach auch schon ein bisschen Progress, also ich mach's jetzt erst, ich glaub heute war Tag 5, glaub ich, weiß ich nicht genau, ich glaub Tag 5. Ähm, aber da ist auch so eine Übung dabei, wo du die Hände schulterbreit auf dem Boden vor dir, du bist praktisch in so einer Art Liegestützposition, holst dann dein eines Bein vor dich, also zum Beispiel neben deine linke Hand kommt dein linker Fuß und dein rechtes Bein winkelst du an und sollst es dann mit der Hand greifen. Digga, ich bin nicht mal in der Nähe von meinem Scheißfuß mit der Hand. Und er macht das so casual und nimmt da so seinen Fuß in die Hand und zieht da so und dann, ah, spürt ihr auch die Dehnung? Ich so, Digga, komm nicht mal an meinen Fuß, was soll ich denn hier machen, Junge? Also manche von den Übungen, da bin ich gespannt, aber zum Beispiel sind da auch so Übungen mit, äh, in der Hockenposition und meine Hocke ist echt schlecht. Also meine Hocke mit den Fersen auf dem Boden ist extrem schlecht. Mir fehlt da irgendwie die Mobility im Fuß. Also ich kann meinen Fuß irgendwie gefühlt nicht so weit nach vorne knicken, dass ich halt mit dem flachen Fuß komplett auf dem Boden bin und geil in die Hocke komme. Und da merke ich aber wirklich, wie es besser wird. Ja? Ja. Also wenn du das Daily einfach mal machst, dann wird es wirklich besser. Ja. Also Alex, morgen erwarte ich von dir in deiner Insta-Story eine schöne 10-Minute-Mobility-Session. So. Okay. Wenn nicht, kriege ich einen Zehner. Deal? Ich halte dem Alex rein. Er hat eingeschlagen. Er hat eingeschlagen. Morgen Mobility beim Alex. Gut, wenn ihr das hört, ist das eh schon wieder alles vorbei. Deswegen kommen wir zum nächsten Thema. Alex. Ich merke schon, es ist schon spät. Der Alex war krank. So, fuck, jetzt muss ich morgen Mobility machen. Alter, ich habe doch gar keinen Bock auf Mobility. Warum habe ich mich denn jetzt darauf eingelassen? Ja. Ja, ne, ja, auch bleiben wir mal beim Training. Und zwar hatten wir beide heute Leckday. Ich, für meine Seite muss sagen, ich gehe momentan wieder extrem gern zum Leckday. Also es war sogar mein zweites Mal Bein in diese Woche. Achso, warte, das ist dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Achso. Hat wirklich Spaß gemacht. Also mir persönlich. Beim lieben Marvin, der fängt jetzt langsam erst wieder mit Beintraining an. Ich glaube, heute war die zweite Session, oder? Kann ich sagen? Ja, und wie ist es? Scheiße. Scheiße. Also A, bin ich gestern das erste Mal wieder geradelt dieses Jahr. Mhm. Erzähl ich gleich. Deswegen waren meine Beine ein wenig vorbelastet heute. Aber, also ich hatte ja am Anfang vom Training, habe ich eventuell ein bisschen so auf den Leckday geskippt. Wie so ungefähr jedes Mal. Und dann hatte ich Ischers-Probleme. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wenn das mit dem Ischers wieder besser ist, dann gehe ich rein. Dann mache ich wieder Leckday. Dann höre ich auf, dann skippe ich nicht mehr. Das muss ja sein, du willst A, keine Chickenlegs haben. Und B, ist ein Beintraining ja auch sehr, sehr förderlich für das Testosteron-Level. Und Testosteron ist extrem wichtig für dieses Muskelwachstum. So, und deswegen habe ich gesagt, gut, komm, ich habe jetzt keine Ausrede mehr, wenn der Ischers wieder gut ist. Du gehst rein, du machst wieder Leckday. Ja, und das habe ich jetzt vor vier Tagen dann das letzte Mal gemacht. Und heute war der zweite. Ich habe jetzt beim ersten Mal, habe ich mit 70 Kilo achtmal gesquattet, drei Sätze. Und bin jetzt heute aber auf zwölf Wiederholungen hochgegangen. Das ist cool. Ich habe generell überlegt, ich weiß nicht, kannst du ja gerne mal deine Meinung zu abgeben. Ich habe es ja immer so gemacht, dass ich bis jetzt auf, ich mache immer drei Sätze pro Übung. Also bei den meisten, es gibt natürlich Unterschiede, aber meistens mache ich drei Sätze. Und wenn ich dreimal die acht Wiederholungen schaffe, gehe ich hoch vom Gewicht. Ich habe jetzt aber tatsächlich überlegt, wo ich jetzt langsam in einigen Übungen wieder bei unangenehmen, schweren Gewichten angekommen bin. Zum Beispiel beim Beindrücken bin ich jetzt wieder bei den 105 Kilo. Ob ich es jetzt nicht vielleicht erstmal so mache, dass ich erstmal von den Wiederholungen ein bisschen hochgehe. Man sagt ja so, Hypertrophie zwischen 6 und 15 ist so okay. Es gibt es muskelwachstumsmäßig laut Studien nicht so die größten Unterschiede. Der Vorteil ist natürlich, wenn du mehr Volumen reinbringst, dann nicht mehr, jetzt habe ich schon verraten. Wenn du mehr Wiederholungen reinbringst, dann steigt dein Volumen natürlich sehr schnell. Weil achtmal 100 Kilo ist natürlich was ganz anderes als zwölfmal 90 Kilo. Also volumenmäßig bist du da mit zwölfmal 90 auf jeden Fall besser unterwegs. So, ich will aber auch nicht mehr unter mein Gewicht gehen. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich jetzt einfach mit 100 Kilo so lange, bis ich dreimal zwölf schaffe. Und steige so erstmal mein insgesamtes Trainingsvolumen. Habe trotzdem meine Progression drin. Und du senkst natürlich auch das Verletzungsrisiko, weil leichtere Gewichte sind gut. Ne, also ich mache es persönlich so, also da habe ich meinen Weg gefunden, dass ich am Anfang vom Training immer eine schwere Übung habe. Das heißt zum Beispiel beim Push, da ist es Bankdrücken. Beim Pull, da ist es bei mir Latt, muss ich sagen, weil Kreuzheben habe ich komplett rausgenommen. Kreuzheben fickt halt auch immer mein zentrales Nervensystem. Und Griffkraft. Also ich bin halt kein Fan eigentlich von Zugriffen. Und wenn ich am Anfang vom Training Kreuzheben machen würde, kannst du mich eigentlich komplett vergessen. Und am Ende wird es auch keinen Sinn mehr machen, weil dann kann ich das Gewicht nicht mehr halten. Also beide Wege sind eigentlich scheiße. Ja. Und beim Beintag ist es eigentlich Squats. Ich bin mittlerweile oder momentan erstmal auf Hecksquats umgestiegen, also auf die Hackenschmidt. Ja, finde ich auch geil. Haben wir leider nicht. Ey, dieses... Wir haben eine Beinpresse und super Squat-Racks. Also sogar so ein Hammer-Strength-Komplett-Rack ist übel geil. Aber wir haben keine Hackenschmidt-Kniebeuge. Die Hackenschmidt macht mir momentan so viel Spaß, weil du so einen Pump da reinbekommst. Weil du musst dich halt nicht auf das Stabilisieren konzentrieren. Das ist halt der Vorteil davon, wenn du dann halt trotzdem bei der Hecksquat 130 Kilo machen kannst. und dann wirklich bis nach unten kommst und das ist noch ein ganz anderes Gefühl. Ist halt bei so einem Gewicht auch irgendwann sicherheitsrelevant, ne? Vor allem ohne Spotter. Ja. Aber der Alex meldet sich ja jetzt eh bald bei mir im Fitnessstudio an und dann passt das ja mit dem Spotter. Genau. Auf jeden Fall habe ich bei mir immer die erste Übung sehr schwer. Das heißt, da mache ich dann meine drei bis vier Sätze, sechs bis acht Wiederholungen und gehe danach auf mein hohes Volumen. Das heißt, danach habe ich dann zum Beispiel am Brusttag nach dem viermal sechs bis acht Bankdrücken die Brustpresse drin, also nochmal eine Drückübung. Aber da gehe ich dann von der Wiederholungszahl hoch auf zehn bis zwölf Wiederholungen. Und dass ich dann langsam bei den isolierten Übungen mein Volumen steigern kann. Okay. Ja, ist auch cool. Aber mir geht es auch vor allem um den Sicherheitsaspekt, ne? Weil wenn du dann halt so hohe Gewichte hast und dann nur so, weiß ich nicht, also zum Beispiel als ich jetzt auf die 105 gegangen bin, hatte ich sechs, fünf, vier Wiederholungen geschafft in den Sätzen. Weiß ich nicht. Naja gut, wir hoffen auf jeden Fall, der kleine Exkurs in den Fitnesscast hat euch hier gefallen. Man merkt halt krass, es dreht sich im Moment super viel da drum, ne? Aber es ist halt auch einfach gerade zum Riesenteil von meinem Leben geworden. Und ich bin aber auch froh, da wieder drinnen zu sein. Ich finde es auch so krass, wie viel du geinfluenced hast in der Zeit. Also die halbe Shisha-Szene wird ja mittlerweile zur Fitnessszene. Das ist so krank. Das ist echt so. Das hat mir auch schon im letzten Shisha-Cast zusammengefasst, wer da alles wieder eingestiegen ist. Aber ich finde es geil. Ich finde es geil. Ja, nicht nur Leute zum Rauchen bringen und Schlechtes tun, sondern auch Leute zum Sport bringen für den Ausgleich. Ich finde es auch immer so eine schlechte Bezeichnung, so Leute zum Rauchen bringen. Das habe ich auch letztens erzählt. Ich will ja die Leute nicht aktiv dazu bringen, dass sie anfangen Shisha zu rauchen, sondern ich will für die Leute... Ja, das war jetzt salopp ausgedrückt. Ich sehe es ja eigentlich auch so. Du kennst ja die Kommentare, die dann hin und wieder vielleicht kommen. Also für uns ist es eigentlich eher so, die Leute, die eh Shisha rauchen, die sollen das beste Erlebnis von dem... Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Von dem Genussmittel erfahren. Ja. Also wenn sie schon Shisha rauchen, dann richtig. Dann so wäre vielleicht geil. Ja, genau. Ja, ist genauso wie irgendwie mit Whisky-Channel. Die wollen ja jetzt auch nicht irgendwie die Alkoholsucht in Deutschland steigern. Aber wenn sich halt jemand dazu entscheidet, einen Whisky zu trinken, ist es vielleicht trotzdem ganz cool zu wissen, welchen Whisky könnte ich mir denn mal holen. Also niemanden zu der Kaufentscheidung überhaupt Whisky zu holen bringen. Aber wenn er die Entscheidung getroffen hat, dass er einen kaufen möchte, bei der richtigen Kaufentscheidung helfen. Ja, so sehe ich es auch. Es muss nur, finde ich, öfter mal hervorgehoben werden, weil das sonst immer so ein leichtes, schlechtes Licht, was sich da auf uns abwirft. Gut, aber zu einem kleinen Prozentsatz kann man nicht verleugnen, dass wir bestimmt auch den einen oder anderen dazu überredet... Nein, überredet nicht, aber indirekt dazu gebracht haben, das vielleicht mal auszuprobieren. Ja, das stimmt. Gut, was ich auch ausprobiert habe, war mal wieder mein Rat rauszuholen. Aber das hatten wir auch im letzten Cast schon, ne? Ich glaube, den Beintag hatten wir doch auch schon im letzten Cast, ne? Ja, den Beintag hatten wir auf jeden Fall. Egal, wir haben noch was Neues. Das haben wir auch ganz kurz angeteasert. Aber vielleicht nochmal kurz die Hintergrundgeschichte, weil es eigentlich ganz cool ist. Und zwar habe ich letztens eine Nachricht bekommen auf WhatsApp vom lieben René, a.k.a. Huka-fiziert. Und dann war der so, yo, Bro, Bock auf Spanien? Und ich war so, also wie und wo und warum und wie lange und wer und hä? Und dann meinte er so, ja, wir hatten überlegt, vielleicht so nächste Woche, vielleicht so in ein, zwei Wochen nochmal eine Woche Spanien zu machen und hast du Bock? Und ich so, ja, habe ich. Ja, natürlich. Habe ich, eine Woche in Spanien chillen bei 20 Grad, geiler Sonne, super Wetter, super Laune, let's fucking go, Digga. Ja, und dann hat der Johannes noch angerufen, dann haben wir da so drüber geredet und dann war ich so, kann eigentlich der Alex mit? Alex saß da gerade neben mir, war sogar im Stream. Im Stream war das, ja. Und dann war so, kann der Alex mit? Und der Johannes so, ja, klar, war doch geil in Berlin. Ich so, ja, war auch geil in Berlin. Okay, let's go. Also Alex kommt jetzt auch mit und dann fliegen wir am dritten. Am dritten, ja. Das ist, Digga, das ist heute in der Woche, oder? Nee, nicht ganz. Nee, nicht ganz. Das ist in, also wir nehmen die Folge übrigens auch am 25.03. auf. Das ist in sieben, acht, neun Tagen. In neun Tagen, Alex. Das ist einfach in Spanien. Ja. Wobei, wenn diese Folge vom Shisha-Cast rauskommt, dann sind wir tatsächlich schon wieder in Deutschland. Ja, das stimmt. Also dann werdet ihr es, hoffentlich, solltet ihr auf jeden Fall, bei uns schon in den Insta-Stories gesehen haben. Instagram, directly Shisha Germany und Marvin Dutine. Genau. Also, ich habe jetzt echt immer Struggle, meinen Insta-Namen zu sagen, weil eigentlich wäre es Marvin Dutine. Ja, aber das kriegt halt keiner hin. Und dann müsste ich eigentlich sagen, mein Insta-Namen ist Marvin Dutine. Also D-U-T-I-N-E. Das ist auch schon so, dieses D-U-T-I-N-E. Das musste ich schon eine Milliarde Mal in meinem Leben machen, so. Äh, Dutine, wie schreibt man das? Ja, D-U-T-I... Perfekt. Perfekt. Einfach perfekt. D-U-T-I-N-E. Ja. Mit einem Axeo-Digü auf dem E, ne? Von links unten nach rechts oben, danke. Genau. Genau. Gut, auf jeden Fall fliegen wir nach Spanien. Die Jungs haben uns da schon ein paar Vorschläge für Airbnbs geschickt. Die sahen auf jeden Fall... Sehr vielversprechend aus. Sehr nett aus. Hoffen wir, dass die auch noch frei sind und dass auch sowas gebucht wird. Aber geil, geil. Allein nach Spanien bin ich super gehypt drauf. Mega guck drauf. Kann eigentlich so geil werden. Machst du einen Vlog? Weißt du das? Äh, ja. Ja, ja. Ja? Ja, ja, mach ich. Ja? Ja, war nicht geplant, aber ja, ja. Ja? Ja, wenn ich schon eine Woche weg bin, kann ich wenigstens ein Video produzieren. Ja. Ja. Mach ich. Seht ihr dann? Ist das vielleicht auch schon online? Kommt das hin? Oh, das wird knapp. Wir haben... Stimmt, wir haben... Ey, es ist einiges an Content geplant. Es sind super viele Sachen, die demnächst kommen, die demnächst rausgehauen werden. Also, boah, weiß ich nicht. Aber dann wird es wahrscheinlich relativ nah auf diesen Shisha-Cast folgen. Also könnt euch auf das Video von Spanien freuen. Yes. Wird bestimmt sehr geil. Viva España. Con Alex y Marv. Si. Si. Ja, hermano. Ja, aber du warst auch letztens nochmal unterwegs und zwar... Ich wollte noch irgendwas auf Spanisch sagen. Fumar una cacimba bueno. Bueno? Buena? Cacimba buena. 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 Si. 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 Wo war ich unterwegs? Du warst letztens auch nochmal unterwegs und zwar warst du mal wieder in der Plurbahn Frankfurt. Oh ja. Oh ja. Ich habe mich mit einem alten Kollegen getroffen. Mit dem habe ich schon... Boah, ich weiß gar nicht. Vor acht, neun, zehn Jahren oder so haben wir zusammen genehm jobbt in der Buchbinderei in Dutenhofen. Buchbinderei in Dutenhofen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die... Buchbinderei Köhler. Ehrenmann der Herr Köhler. Der war immer korrekt. Der war super cool. Der hat auch manchmal so ein Feierabendbier vorbeigebracht oder so. Wenn wir Sonntagmorgens gearbeitet haben, dann ist immer einer zum Bäcker gegangen und hat Frikadellenbrötchen geholt oder so. Ach, wo ist die denn? Oder gibt es die überhaupt noch? Die ist, wenn du bei der Volksbank bist, die Parallelstraße. Ah, okay. Ne, nicht Parallelstraße. Eigentlich, wenn du... Also du fährst von der Hauptstraße rein an der Volksbank vorbei, dann kommt links noch Post und so und dann fährst du... Geradeaus würdest du ja auf dieses Gepflaster trinken. Wenn du da aber rechts fährst, in der Straße ist die. Ah, okay. Ja. Ist da nicht auch der Blumenladen? Ne, der ist doch vorne an der Ecke. Ne, gibt es noch einen Blumenladen? Echt? Ja. Oh, dann kenne ich den nicht. Egal, machen wir weiter. Ich glaube, die Leute interessieren sich nicht so hart für den Blumenladen in Rottgau. Auf jeden Fall haben wir da früher zusammen in der Buchbinderei gearbeitet und dann haben wir auch privat häufiger mal eine Pfeife in der Simba geraucht in Rottgau oder mal gezockt oder so. Und irgendwie haben wir letztens mal wieder geschrieben und haben gesagt, ey, dann lass doch mal eine Pfeife rauchen gehen. Und der wohnt halt mittlerweile in Frankfurt, der hat seinen Doktor in Chemie, macht der gerade fertig. Geisteskrank. Ist auch. Der Typ ist so schlau. Ist krass. Ja, allein wenn du schon einen Doktor machst, dann musst du einen... In Chemie, Digga. Also nicht irgendwie so ein Larifari-Doktor, sondern wirklich so ein Knecht-Doktor. Knecht-Doktor? Ja, halt, wo du richtig dich reinknien musst. Ja, ich weiß. So einen Chemie-Doktor machst du halt nicht mal gerade so just for fun. Und naja, auf jeden Fall soll es nicht um den Chemie-Doktor gehen, sondern um die Blubber-Bar, weil da haben wir uns getroffen. Und da geht definitiv nochmal eine dicke Empfehlung raus. Björn mit seinem Hundi. Super geile Bar. Gute Köpfe. Nice russische Pfeifen. Funnel. HMD, Darkseid, Must-Have, Tangiers sogar manchmal. Also wirklich geil. Location ist nichts Besonderes. Ist eine ganz normale Shisha-Bar. Also wie man dazu erwartet. Was ich dazu sagen würde, wenn ihr abends da hingehen wollt, würde ich vorschlagen zu reservieren, weil sie ist relativ klein. Das würde ich nicht nur vorschlagen, das würde ich sogar machen. Ja. Ja, weil die ist wirklich nicht groß. Ja, aber falls ihr in Frankfurt noch nach einem Plätzchen sucht, wo ihr ein hervorragendes Köpfchen rauchen könnt, Blubber-Bar kann ich euch da nur ans Herz legen, kann ich 100% überzeugt sagen, sind die besten Pfeifen, die ich bis jetzt in Frankfurt irgendwo bekommen habe. Ich war nicht in allen Shisha-Bars, aber in einigen und Blubber-Bar safe beste. Ich habe die Story ja gesehen, ich war ja zeitgleich auch in Frankfurt gewesen, habe sogar kurz überlegt, ob ich die noch schreibe. Weil ich war nämlich beim Visumsantragstellung, weil da eventuell noch mein Reisepass lag mit dem eingetragenen Russland-Visum. Also ich finde es ja eh krass, dass das Russland-Visum sogar genehmigt wurde. Ja. Aber das finde ich schon hart, muss ich sagen. Ja, vielleicht wurde das auch abgestempelt, bevor das alles losging oder so? Nee. Nee? Nee. Das Ding war... Ja, ein Visum kriegst du, aber Flüge gibt's keine. Guck, wie du hinkommst. Das Ding war ja, ich habe das ja abgegeben. Ich glaube, einen Tag, bevor das Ganze losging. Hm. Also ich bin nach Frankfurt gefahren, habe alles mein Zeug fertig gemacht, habe am Vorabend noch hier mit dem Alex von Darkseid telefoniert, worauf ich dann achten muss und so weiter. Ja. Und abgegeben, ich komme nach Hause. Ja, ähm... So, okay, nein, du kommst heim, läufst ins Wohnzimmer rein und Mama hat so N24 auf und dann ist so, Putin greift Ukraine an. Ja, ich bin da oben ins Zimmer, habe Livestream von Welt angemacht, weil es da vorher schon sehr, sehr kritisch war, alles mit den Verhandlungen und so weiter. Und dann ist so, so, okay, fuck. Und auf einmal kommt dann auch die Nachricht, ja, ist übrigens abgesagt, so, perfekt. Hauptsache an Frankfurt einen Reisepass abgegeben. Ja, und der lag da noch. Und du hast das Visum. Perfekt. Bob in Stimmung. Na, zu früh. Zu früh? Zu früh. Okay, Entschuldigung. Ja, ist auf jeden Fall ein belastendes Thema. Wir hatten es auch schon mal in einem letzten Shisha-Cast angeschnitten, es geht ja jetzt schon ein bisschen länger, wir haben da eine klare Meinung, fuck war, also, ne, ganz klar, aber es soll hier nicht drum gehen, weil man muss halt auch irgendwann mal abschalten können vor solchen Themen. Also wer sich da Informationen zu holen will, der kann das in seinen Lieblingsmedien zu Genüge tun. Andere Leute haben da einfach irgendwann genug von, irgendwann muss man auch mal irgendwie über sein Lieblingshobby einfach nachdenken und einfach unserem dummen Gelaber zuhören, um da halt mal ein bisschen rauszukommen, ein bisschen Normalität irgendwie in seinem Alltag beizubehalten. Geht immer genug Scheiße auf der Welt ab und vielleicht können wir da sogar für den einen oder anderen so ein kleiner Safe Haven sein, sodass man dann hier einfach ein bisschen was geil über Shisha und unser Leben und keine Ahnung. Ich muss auch dazu sagen, es gibt halt viel, viel bessere Quellen oder Leute, die sich damit auseinandersetzen, als das, was wir erzählen könnten. Wir sind beide keine Politikexperten, auch wenn wir vielleicht allgemeinbildungsmäßig nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, hoffentlich. Würde ich jetzt mal zustimmen, ja. Würde ich auch sagen, so, ne, aber nichtsdestotrotz, damit sollten wir das auch schon wieder abhaken und weitermachen, ansonsten wird das zu viel. Auf jeden Fall bin ich halbe Stunde hin, halbe Stunde zurückgefahren, allein um einen Reisebus zu holen, für die Spanienreise halt, weil mein, wie wir gerade schon geredet haben, weil ich war bei der Statistik in Perso und brauche halt irgendein Ausweisdokument. Wäre schon ganz nützlich, würde ich behaupten. Wäre schon ganz gut. Wann läuft dein Perso ab? Am 12.4. Ja gut, also würde das noch gehen. Ja, aber da stand ja noch nicht fest, ob wir am 3. oder am 10. fliegen. Und wenn wir am 10. geflogen wären, wäre es kritisch gewesen. Ja, nicht nur kritisch. Ja. Wäre halt nicht gegangen. Ja, aber mit Reisepass geht ja sowieso. Deswegen. Also so oder so, du bist auf jeden Fall safe und wir können los nach Espanja. Genau, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem anderen Special-Thema und zwar, da waren wir auch unterwegs gewesen. Oh ja. Und wurden von SK Shisha zu einem Event eingeladen. SK Shisha, Alex? Ja, SK Shisha. Was ist denn das? Das Ganze ist eine neue Brand und man muss... Weißt du, was mir gerade auffällt? Der Joke zieht gar nicht, weil wenn der Shisha-Cast rauskommt, dann ist schon... Achso, dann weiß man es ja schon. Dann weiß man es schon. Gut, also SK Shisha hat uns eingeladen. SK ist eine neue Marke auf dem Shisha-Markt. Die wollen jetzt nicht, dass man so 100% kommuniziert, aber ich finde es trotzdem wichtig. Das ist halt eine Marke von Alfacher. Eine neue Marke, eine moderne Marke, anderer Schnitt, andere Produkte, Mixsorten, nicht mehr einfach nur Solo-Flavor mit ein bisschen Cooling oder so dabei. Und warum finde ich es so wichtig, euch das zu sagen? Ganz einfach, weil ihr bestimmt mitbekommen habt, dass ich Ende letzten Jahres noch nach Dubai eingeladen wurde von Alfacher, wo wir neue Sorten testen sollten. Das heißt, wir haben, ich glaube, über 25 Flavor geraucht und gerochen an über 50 oder so. Und dann haben wir beim Geruch aussortiert, haben dann die restlichen alle geraucht. Wir haben jeden Tag 5, 6, 7, 8 Köpfe geraucht. Immer relativ kurz, aber immer probiert. Dann mussten wir zu jedem Flavor einen Bogen ausfüllen und dann haben wir so die ersten 6 Flavor ausgesucht, die jetzt eben unter SK released werden. Und ich muss euch diese Info geben, damit ihr versteht, warum ich begeistert und überzeugt von der Marke bin, weil ich literally die Sorten mit ausgesucht habe in Dubai. Aber gut, zurück zum Event. Das musste ich nur vorher mit einwerfen. Genau, also wir wurden von SK Shisha eingeladen und die Verantwortlichen, möchte ich direkt dazu sagen, haben uns nichts erzählt zum Event. Also wir wussten, da ist das Event an dem Datum, da um 15 Uhr müsst ihr im Moxie Hotel East sein und das waren unsere Informationen. 15 Uhr, Moxie, Frankfurt East. Ja. That's it. Wir wussten nicht. Vor allem, wir haben ja sogar nachgefragt. Ja, mehrfach. Wir saßen am Vorabend ja noch in Humera und so, ja komm, lass mich mal wegen der Location fragen, dann können wir vielleicht direkt hinfahren, weil wir beiden werden eh nichts trinken. Wir dachten uns halt auch so, ja, warum denn Treffen am Moxie? Sag doch, wo wir dann sind, dann können wir vielleicht direkt da parken, weil dann sonst müssen wir dann wieder zum Moxie, um dann wieder heimzufahren. Aber die so, nee, 15 Uhr Moxie. SK Shisha, Digga. Aber, ähm, ich möchte das Ganze nochmal ein bisschen von vorne aufrollen. Erstmal wurden ja einige Leute eingeladen. Also neben uns, die eh aus Frankfurt kommen, wurden ja, ähm, alle aus Deutschland, also sehr, sehr viele Blogger aus Deutschland eingeladen, die dann wirklich auch ein Hotel bekommen haben. Also hier von René aus Bonn, bookerfiziert, bis hin halt zu Cengiz und David aus Berlin. Es ging ja sogar noch weiter. Es kam ja auch noch die gute Anita aus Bulgarien. Bulgarien wurde eingeflogen. Es war die gute... Emmy Russ. Wie? Emmy Russ. Emmy Russ. Ich weiß immer nur Emmy. Die gute, äh, Reality-Dame. Genau. Hab ich, die saß da neben mir und ich war so, und was machst du? Die so, ja, so, Reality. Und ich so, ja, und was so? Und die so, wie heißt das? Temptation Island. Temptation Island. Und ich war so, oh, okay. Und dann war sie so, Promi Big Brother. Und dann war ich so, okay, ja, wollte ich auch schon immer mal hin, Bruder. Es war auch so lustig. Die stand in Moxie drinne. Ja. Und ich so, wer ist das? Ich hab die Person noch nie gesehen. Und Flo auf einmal so, Emmy Russ, Temptation Island. Und so, woher? Der Flo ist wirklich manchmal unergründlich, ey. Aber er wurde ja nur von der Freundin gezwungen, das zu gucken. Das stimmt. Wirklich. Und er so, Emmy, Donnerstagabend sehen wir uns wieder auf Temptation Island. So ein Ding war das nämlich. Gut, aber das ist, ich bin auch schon wieder zu weit vorne. Alex, hol mich zurück. Auf jeden Fall wurden sehr, sehr... Genau, die kamen nämlich aus Spanien, wurde die eingeflogen. So, das wollte ich erzählen. Und wie gesagt, sehr, sehr viele Blogger, die haben auch so weit ein Hotel bekommen, falls sie es benötigt haben. Wir haben halt gesagt, okay, wir kommen aus dem Raum Frankfurt, da brauchen wir kein extra Hotel. Aber wir haben gesagt, beziehungsweise wir haben in Berlin schon gesagt, wo wir bei den Jungs hier, Cengiz und David, waren so, seid ihr auch bei mir jetzt kein Event eingeladen? Und sie so, ja, ja, wir sind auch am Start. Er wollte nicht einfach einen Tag früher kommen, dass wir noch ein bisschen was machen können? Und ja, das stand eigentlich auch relativ schnell. Ich glaube, so nach ein paar Tagen war so, ja gut, dann kommen wir einfach einen Tag früher vorbei und dann können wir noch ein bisschen Schilligen machen. Und ich habe ja ein bisschen Platz bei mir für Gäste. Das heißt, ich konnte einen in mein Gästezimmer einquartieren und einer musste dann auf der Couch schlafen. Dann hat literally einen Tag, nachdem wir das Fest abgemacht haben, dass Cengiz und David Donnerstagnachmittag kommen, schreibt Miss Wissi so, ey, ich bin auch bei SK, kann ich noch bei dir vorbeikommen? Dann muss ich nicht ins Hotel. Und ich so, äh, an sich liebend gerne, aber meine zwei Schlafplätze sind jetzt full. Also wenn du dir eine Matratze oder sowas mitbringst, komm bei. Und dann hat er gesagt, ja, okay, mach ich. So, und dann war auch noch Swissi bei mir. Also haben wir bei mir Lager aufgebaut mit David, Cengiz und Swissi. Übrigens, bevor ich es vergesse, hast du noch meine SD-Card? Ja, die muss irgendwo bei mir liegen, ja. Okay. Irgendwo. Oh, perfekt. Stimmt, Glück. Das ist eine 16-Gigabyte-Card, Digga. Da kannst du ja eh nichts mehr gebrauchen. Ja, ich habe nur zwei. Ja, aber die zählt nicht, Digga. 16 Gigabyte, was willst du denn machen? Dann passen drei Fotos drauf. Ja, reicht. Ihr merkt schon, Alex Qualitätsansprüche. Hm, weiß ich nicht. Naja, gut, ja, deine 16-Gigabyte-Karte liegt noch irgendwo bei mir. Okay, gut. Auf jeden Fall sind David und Cengiz vorbeigekommen am Donnerstagabend. Und als aufmerksame Shisha-WG-Follower, Abonnenten oder wie auch immer, wisst ihr natürlich, Marvin, Donnerstagabend, da ist doch Livestream. Und genau das war auch. Und genau den habe ich dann auch mit David und Cengiz zusammen durchgezogen. Zwar nicht so lange, weil wir noch ein bisschen was vorhatten, aber wir haben immerhin mal ein Köpfchen zu dritt gestreamt. Wenn sich das anbietet, sehr gerne. Und das hat es eben. Danach hatte ich aber noch einen anderen Plan. Und zwar wollte ich unbedingt wissen, nachdem uns die Berlin Boys ewig damit auf den Sack gegangen sind, also wir in Berlin, wir haben mit Abstand den deliziösesten Döner, den sie in ihrem Leben jemals konsumiert haben. Und ich war so, Digga, wir haben auch bei uns guten Döner. Komm doch mal rum, probier doch mal. So, und dann sind wir auch direkt nach dem Livestream noch schnell zum Choice-Döner nach Rottgau gefahren. Und dann gab es dann mal einen guten Döner. Und die waren auch beide sehr begeistert. Also Cengiz hat ja, glaube ich, sehr, sehr gut geschmeckt. Und David hat ja auch sehr gut geschmeckt. Aber auch die Asia-Knobi-Kombi, oder? Natürlich. Also, Alex. Alex, ich bitte dich. Ich wollte mal nachfragen. Selbstverständlich die Asia-Knobia. Knobia. Man kennt's. Asia-Knobi-Kombi. Da hast du mich auch echt geinfluenzt, muss ich sagen. Bestell ich nur noch. Das ist brutal. Ich wurde ja selbst geinfluenzt. Das war damals bei der Arbeit, bei dem selben Nebenjob, hat einer von den Jungs, der Chris, hat immer Knobi-Asia gefressen. Und ich war so, Digga, was bist du für ein Unmensch. Knoblauch und Asia-Soße gemischt, du Ekel. Oh, ist aber richtig lecker. Oh, das bestell ich auch nur noch so. Zack. Und schon wurde es geboren. Und seitdem nur noch Choice Knobi-Asia, Digga. Das Beste, was geht. Für einen Standard-Döner, das, dann gibt's noch Keba Bomb bei uns. Das ist der Premium-Döner in super ausgefeilten Variationen, aber auch recht teuer. Und wenn du einen absoluten Standard-Döner willst, aber also einen Oldschool-Döner, einen hervorragenden Oldschool-Döner, dann Hayal. Hayal? Wo ist der? Rödermark. Ah, okay. Hayal in Rödermark. Weiß ich noch gar nicht. Das Brot frisch für dich auf, aus Teigrohlingen. Und es ist wirklich nur, also es ist so eine Standard-Döner-Soße, es ist gutes Fleisch, Busy-Salat drauf und dieses Brot. Aber es ist für einen Klassik-Döner der Beste. Okay, muss ich mal hingehen. Ja, ich finde den echt geil. Kostet 4,50 Euro oder so. Ja, standard. Aber gut, aber gut. Ja, und dann haben wir eben bei mir noch gechillt. Dann habe ich den Jungs noch VR gezeigt, das war auch sehr, sehr wild. David und Cengiz beide extrem auf VR abgegangen. Und dann haben wir da eben ein paar Stunden noch Beat Saber gezockt, dann noch ein bisschen Pfeife geraucht, noch einen Film geguckt. Wir haben Adams Project, heißt der, glaube ich, geguckt. Okay. Geht irgendwie so ein bisschen um Zeitreisen und so. War aber ein ganz cooler Film. Dann war Cengiz mal wieder Superlost. Ich wollte gerade nämlich sagen, und du hast herausgefunden, dass du ein neues Soundbar brauchst. Ja, ich brauche unbedingt eine Soundbar. Ey, Leute, ich habe in meinem Wohnzimmer einen Oldschool-Verstärker, der ist 35 Jahre alt. Die sehen den ja sogar in der Story. Den Verstärker nicht. Aber die Boxen, die sind von meinem Papa aus seinem alten Musikzimmer. Im alten Haus auf dem Dachboden hatte mein Papa ein Musikzimmer. Und da standen diese Boxen. Und er hat die irgendwann nicht mehr gebraucht, weil er andere hat. Und dann war ich so, kann ich die haben, Papa? Dann meinte er so, ja klar, Sohn, kannst du die nehmen? Dann habe ich mir die geschnappt. Und das sind jetzt nicht Premium-Hi-Fi-Boxen oder so, aber allein durch ihre Größe und ihr Volumen können die halt doch schon einen ordentlichen Sound produzieren. Und dann liegt Cengiz bei mir auf der Couch literally schon so ein Raumschiff gelandet mit Sound, ne? Und dann Cengiz irgendwann so, Marvin, weißt du, was dir fehlt? Eine Soundbar. Und ich war so, Digga, was? Eine fucking Soundbar? Also, Soundbars für die Hi-Fi-Szene sind ungefähr wie Selbstzünder für die Shisha-Szene. No Joke. Soundbars, wenn du einfach nur ein bisschen besseren Sound haben willst, als dein Super-Flat-TV hinkriegen soll. Wunderbar. Die funktionieren mittlerweile echt gut. Okay, vielleicht ist sogar Kamin der fairere Vergleich. Nicht Selbstzünder. Selbstzünder ist ein bisschen zu fies. Das klingt ja, als könnten die gar nichts. Die sind schon okay, aber für einen Hi-Fi-Mensch ist das halt absolut kein Vergleich zu einem gescheiten Paar Boxen oder sogar für Filmenthusiasten ein dickes Surround-System. Kannst du nicht vergleichen. Kannst du einfach nicht. So, und dann liegt der Cengiz auf meiner Couch und sagt, Marv, dir fehlt eine Soundbar und ich denke mir so, bist du behindert? Es geht aber noch weiter. Das war ja nicht das Ende. Ja, das war nicht das Ende, Alex. Das Highlight kommt erst noch. Das war die Einleitung für die Hauptstory. Dann liegen wir also weiter auf der Couch. Ich versuche zu verarbeiten, was Cengiz da gerade gesagt hat. Film geht weiter, Schüsse überall und Sound ist am Start und scheppert das ganze Wohnzimmer weg. Ruhiger Part fällt auf der rechten Seite vom Bild und somit auch im Stereo-Mix ganz weit rechts außen eine Tür zu und dann siehst du so, wie der Cengiz seinen Kopf so nach rechts bewegt, da zehn Sekunden hinguckt und dann sagt, du hast ja Boxen. Und die sind dir nicht aufgefallen, Digga, die sind drei Meter groß. Die gehen fast bis zur scheiß Decke. Da sind drei fette Driver drin, die sind dir nicht aufgefallen, ist es dein Ernst? Und er so, ja, es ist ja dunkel. Was? Du hast ja Boxen. Ja. Ich merke schon. Und ich habe zwischendrin bestimmt noch drei Minuten mich mit David drüber lustig gemacht. Bei meinen Boxen sagt er, ich brauche eine Soundbar, Digga. Guck doch mal, wie groß die sind und die haben da Volumen. Und Cengiz ist also so, das ist ein schöner Film. Das ist ein schöner Film. Ah, du hast ja Boxen. Cengiz, Cengiz, wie lost willst du sein? Cengiz, ja. Wir roasten Cengiz ganz schön in den letzten zwei Casts. Aber es ist schon hart lost. Grüße gehen raus. Haben wir nicht beide lieben. Du Peach Soundbar Boy. Also ihr könnt alle, die einen Shisha-Gast hören, können eigentlich Shisha-Deutsch schon auf Instagram mal Soundbar und Peach schreiben. Bitte einfach so eine, einfach so jetzt, genau jetzt holst du dein Handy raus, öffnest Instagram, gehst auf die Suche, Shisha-Deutschland und schreibst ihm einfach mal Soundbar oder Peach. Ja. Oder beides. So, schreibt ihm heute Soundbar und in zwei Tagen einfach nochmal Peach. Ihr könnt auch Soundbar nehmen, dann den, Peach Emoji. Genau. Ja, das ist gut. Ja. Oh ja, macht das bitte alle. Witze. Ja. Und dann, und wenn er fragt, sagt ihr einfach, ja, dann hör dir doch einfach mal die Episode 27 vom Shisha-Cast an, Minion. Und 26 am besten auch. Vielleicht hasst du uns, wenn wir das zu oft machen. Nee, aber for real, Cengiz, ultra lieber, sehr witziger Typ, manchmal vielleicht ein bisschen verstrahlt. Ja. Soundbar. Also war ein schöner Abend, ja. Es war ein rundum schöner Abend, ja. Und dann kamen wir zum nächsten Tag. Genau, da bin ich auch dazu gestoßen, weil wir haben eine kleine Sim-Chesson. Gym-Session. Sim-Chesson? Gym-Session. Alex, das wird heute nichts mehr mit uns, das merkst du selber, ne? Wir haben uns auf eine kleine Gym-Session getroffen. Und zwar, ähm, haben wir alle ein kleines Probetraining bei dir gemacht. Alex, dein siebtes Probetraining bei mir im Gym. Die sind schon, wenn Alex so reinkommt, die trainen ja schon so, moin Alex, na, auch wieder da. Alles gut, wie geht's den Kindern, Frau, alles super? Ja, wunderbar. Komm, komm, geh rein. Ja, ja, ich lass dich nochmal durch. So ungefähr. Ja, ich muss halt noch austesten, ob das wirklich was für mich ist. Siebenmal? Ja. Verstehe. Natürlich. Stimmt, wirklich. Alle sagen das. Gut, auf jeden Fall sind wir mit den Jungs ins Gym. Der David, höchst motiviert, präzise, seinen Ganzkörperplan durchgezogen. Ja. Wir haben es im letzten Cast schon gesagt, Respekt an David. Die Motivation, die, ähm, wie sagt man das, die, dass er gut durchzieht. Er zieht gut durch. Ja. Ich war auf der Suche nach einem etwas eloquenteren Wort. Eloquent ist übrigens auch besonders eloquent. Nee, nicht Präzision. Wie sagt man das denn? Beständigkeit ist auch nicht so. Ach, es gibt noch ein. Kontinuität. Kontinuität. Nee, kontinu. Merkst du selber, ne? Ey, Bruder David zieht richtig gut durch in die Fitnessstufe. Das finde ich geil. Was ich halt echt cool finde, du merkst, dass er da richtig Bock drauf hat, weil er halt auch Sachen nachfragt. Also so aktiv, zum Beispiel als wir am Ende am Kabelturm waren, ich habe noch Triceps gemacht und eher Bizeps und mich dann halt aktiv Sachen fragt, ob ich das, ob ich da vielleicht Verbesserungsvorschläge, aber wie er das anders macht als ich zum Beispiel. Finde ich super cool. Nicht wie die meisten Gymbros, die da reinrennen und meinen, die können alles perfekt. Der David holt sich die Infos, die er braucht, setzt die um und er bleibt auch dran. Ist stark. So, und Cengiz war auch recht motiviert und wir beide sowieso. Ja. Also du bist ja schon ewig im Film, ich bin jetzt monatelang im Film. Ist ein guter Film. Und Cengiz hat ein bisschen geübt für seine Bankdrückwette mit den 65 Kilo. Cengiz, bro. Es geht immer weiter, ich merke es schon. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir da gut durchgezogen, war ein cooles Training und danach sind wir in Stadtliebe-Essen gegangen, Stadtliebe in Dietzenbach, war ich das erste Mal und sehr positiv überrascht. Also ich habe schon viel Gutes drüber gehört, aber ich glaube, da muss ich öfter hingehen. Also ich war da jetzt auch schon häufiger und für mich einfach ein super Restaurant. Die Location, also Dietzenbach ist halt einfach so eine kleine Stadt bei uns in der Nähe und das ist jetzt keine besondere Stadt oder so und da gibt es auch keinen wunderschönen Stadtkern oder so, aber es gibt halt den Roten Platz in Dietzenbach und am Roten Platz ist eben auch das Stadtliebe und das Stadtliebe, wenn du drinnen sitzt, könntest du auch einfach meinen, du bist in einem geilen Restaurant in Frankfurt, obwohl du in fucking Dietzenbach bist, Digga. Zu 100 Prozent. Und das Essen ist super, die Fleischqualität, wenn man jetzt zum Beispiel Steak oder sowas nimmt, ist hervorragend. Die haben ausgefallene Sachen, aber auch super einfache Sachen, die haben lokale Sachen, aber auch vegane und vegetarische Sachen. Also da kriegst du eigentlich immer jeden mit glücklich. Ja, vor allem die haben alles glücklich. Hast du morgen Bock, im Stadtliebe frühstücken zu gehen? Morgen ist Samstag. Ja, könnte man eigentlich machen. Ich habe jetzt so Bock auf Stadtliebe, Alter. Das ist so ein geiles Frühstück. Frühstück sah auch richtig gut aus. Oh ja, 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 oh ja. Ja, das ist doch gut. Nee, aber was ich sagen wollte, da gibt es eigentlich alles, also wie du gerade schon gesagt hast, von grüner Soße, was so hessentypisch ist, bis hin zu Burger, Steak und so weiter und wir hatten ja alles gemischt eigentlich am Tisch gehabt und alles war top. Also normalerweise ist ja wirklich so ein Restaurant, was alles hat, ist immer so ein bisschen Mech. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich beim Inder Pizza essen würde zum Beispiel. Ja gut, also es gibt jetzt weder Indisch noch Pizza, aber zum Beispiel kannst du dir halt ein Rumsteak bestellen, aber auch ein Curry oder so. Ich meine jetzt als Beispiel, es gibt ja teilweise indische Restaurants, die auch Pizza haben. Ja, genau. Nee, und ich hatte zum Beispiel Burger gehabt und ich fand die auch super lecker und du hast mir netterweise ein Stück von deinem Steak, Teriyaki Steak, Teriyaki Steak abgegeben. War auch super gut. Also Anna hatte glaube ich, also übrigens waren auch noch Anna, Sandro, Kinga und Simon sind auch dazu gestoßen. Und natürlich David und Cengiz. Ja genau, also dazu gestoßen. Wir waren dann alle zusammen und Anna hat zum Beispiel Curry gehabt und das sah auch echt gut aus. Ja, meine Mom hatte das. Also ich war tatsächlich ein paar Tage später nochmal mit meinen Eltern da. Ich wollte meine Eltern mal zum Essen einladen und hab die in Stadtliebe eingeladen und es gab einen wundervollen, es gibt zwei wundervolle Momente. Der erste Moment, wir laufen noch rein, tippt mich mein Papa an und sagt, da winkt einer. Guck ich hin, sitzt einfach, okay ist da. Und er meinte so, ja, ich hab das bei dir und Mo gesehen und das sah geil aus und wollte ich mal testen. Ich war eh hier in der Gegend unterwegs und moin Meister. Und ich so, ja moin, dann guten Abo. Dann sind wir reingegangen, haben uns hingesetzt und dann guckt mich mein Papa mit dem Todesblick an. Todesernst dreht er den Kopf zu mir und sagt, und, was verschafft uns die Ehre? Ich weiß nicht, ob er erwartet hat, dass ich sage, ich muss ins Gefängnis oder sowas wie, ihr werdet Großeltern oder mein Papa wollte erst nicht ganz wahrhaben, dass ich die zwei einfach mal zum Essen einlade. Aber so war es und dann haben wir auch einfach gegessen und meine Eltern beide auch relativ begeistert, waren auch beide zufrieden und, ja, haben sich, glaube ich, echt gefreut. Das war schön. Aber zurück zu unserem Tag, da waren, glaube ich, auch alle ziemlich zufrieden. Ich glaube, Kinga war ein bisschen überrascht von ihren rote Beete Knotschi. Kinga hat einfach, die Gude ist halt vom Dorf, ne? Die Gude ist halt vom Dorf, ne? Da sagst du halt nicht Gnocchi, da sagst du Knotschi. Das Schlimme ist, Kinga bekommt ja in dieser Folge doch mehr ab. Das kommt ja noch. Ja, das wird noch viel besser. Ja, das wird noch viel besser. Ja. Auf jeden Fall hat sie die rote Beete Knotschi. Genau. Mit Käse, mit Dings, Schafskäse, glaube ich, kann ich. Ja. Sieht auch lecker aus. Ja, weil es wäre jetzt nichts, was ich mir aussuchen würde. Es wäre nicht meins, aber es wäre so wahrscheinlich, was ich meine Freunde auch nehmen würde, glaube ich. Ne, aber haben wir da auf jeden Fall gut gegessen und natürlich nach dem Essen geht es dann erst mal auf ein Pfeifchen zu Marvin. Wichtig. Bedeutungsweise, ich bin mit David noch kurz beim Vape-Shop vorbeigefahren, weil er brauchte neue Pots. Oder Coils, weiß ich gar nicht. Und du brauchst das neue Coils oder Pots? Keine Ahnung. Also ich brauche Pots und ich sage mal so, ich hätte jetzt nicht dringend einen gebraucht, aber ich dachte mir, wenn ihr eh beim Vape-Laden vorbeifahrt, dann bringt mir doch mal zwei bitte mit. Im Endeffekt stand beim Vape-Laden hatten nur deine einen Pots. Ja, und ich den von David. Perfekt. Eigentlich nur für dich den Pots mitgenommen. Aber Kompromiss war, ich fahre mit David zum Vape-Shop und dafür baut mir Marvin ein leckeres Köpfchen zu Hause. Und das hast du auf jeden Fall gemacht. Ich kam zu Hause an, die Epoch stand schon ready, Köpfchen, Haifen oben drauf mit HMD, Kohle war schon fertig. Kohle getraucht, ja. Also Kohle drauflegen. Genau. Ich muss mich einfach noch hinsetzen, hatte ein Pfeifchen, ich war happy. Ja, so muss das. Wir hatten auch richtige Raucher-Party, also es war wirklich komplett zu rauch. Alter, ey, mein Wohnzimmer wurde so geisteskrank ausgeräuchert. Holy Shit. Ja, vor allem, da haben wir ja sogar noch eigentlich überlegt, ob noch Angel und Akata vorbeikommen. Ja. Aber das ist ja einfach zur Folge geworden. Ich meine, wir waren Simon, Kinga, David, Cengiz, Swizzy, Anna, du und ich. Wir waren acht Leute in meinem Wohnzimmer und natürlich jeder mit einer eigenen Pfeife. Wären jetzt noch zwei dazu gekommen, mit nochmal zwei Pfeifen, hätte ich A, gar nicht genug Pfeifen daheim gehabt und B, hätten Leute auf dem Boden sitzen müssen. Also ich hab drei bis vier Plätze auf der Couch und maximal vier Plätze am Esstisch. Ja. Und das war schon, also wir haben den Platz im Wohnzimmer gut ausgereizt. Luftreiniger lief dauerhaft auf Stufe drei, Fenster war dauerhaft offen und es war trotzdem, also wenn du auf der Couch gesessen hast, hast du die Leute am Esstisch basically nicht gesehen. Da haben, äh, hat man letzte Folge schon, da war Marvin dann sehr, sehr gehypt auf die Formel 1-Deason schon gewesen, haben dann noch die eine Folge Drive to Survive geguckt, die letzte war das glaube ich aus der Season. Yes, die hat uns doch gefehlt, bevor wir die neue Season starten können und die wollten wir dann natürlich noch gucken, bevor dann Sonntag einen Tag drauf, nee, Freitag zwei Tage drauf noch das Rennen kommt. Ja, auf jeden Fall haben wir dann unser Köffchen noch fertig geraucht und dann ging es irgendwann ab ins Umera. Yes, da haben wir noch einen richtig schönen Umera-Abend mit eingemacht. Da haben wir zum Glück noch reserviert. Gott sei Dank habe ich reserviert, ey. Umera, richtige Scheißbar. Ja, die sind so schlecht geworden, holy shit, das würden wir jetzt auch nicht nur sagen, damit ihr nicht hingeht und wir da wieder Platz haben. Ähm, ja, ja, viel zu teuer, Schmutzpfeifen, ja, boah, Köpfe für alle Selbstzünderkohle, nur Selbstzünderkohle, äh, China-Heads, ja, China-Head auch nur, ja, mit einer halben Lage Alu. Und dafür bezahlt ihr 30 Euro pro Pfeife. Ja, pro Pfeife und dann nochmal 20 für den Kopf. Genau. Ja, und eine Cola kostet auch zwei Millionen. Und wie gesagt, das würden wir euch jetzt definitiv nicht nur empfehlen, weil wir nicht wollen, dass ihr hingeht und wir unsere, unsere, unseren Platz da haben wollen und es uns auf den Keks geht, dass wir sogar mittlerweile unter der Woche reservieren müssen in Umera. Also das wäre niemals unsere, also, äh. Also Story dazu nochmal, wir waren diese Woche, waren wir nochmal, vorgestern war das, ne? Ich war vor allem letztens mittwochs um 23.30 Uhr bin ich hingefahren, weil eine Freundin da in den Geburtstag reingefeiert hat und ich dachte so, ja gut, Mittwoch nach 23.30 Uhr wird entspannt sein. Ich mach die Tür auf, der Laden ist voll. Ja. Voll, Digga. Mittwochs um halb zwölf haben die alle kein Leben, müssen die nicht arbeiten, what the fuck, Digga. Wir gestern auch wieder, wir waren gestern auch nochmal. Ich mein, wir, wir arbeiten ja eh nie. Ja, grundsätzlich nicht. Wir können ja nachts hin, aber was ist denn mit den ganzen anderen Menschen? Ja, gestern auch, ich war gestern mit meiner Freundin nochmal da gewesen, am Anfang war es okay, wir waren um 19 Uhr da, 19.30, 20 Uhr, voll, komplett. Das ist wirklich zu krass. Also falls ihr wirklich mal ins Umera gehen wollt, reserviert einfach. Immer. Egal, was für ein Tag. Und wenn es montags um 17 Uhr ist, da wird man wahrscheinlich Glück haben, aber ich würde einfach, egal wann ich jetzt ins Umera gehe, ich reserviere vorher. Same, auch für zwei Personen reserviere ich mittlerweile. Das ist auch so leicht getan, dass an dem Abend, wo wir noch da waren, kam ja noch ein Follower von mir vorbei. Der hat mir auch noch geschrieben, soll ich auch noch ab, ich hab alten Black Nana im Umera liegen lassen, wenn du willst, rauch gerne ein Köpfchen. Ja, und der kommt eigentlich aus Leipzig und ist auf einer Weiterbildung in Bad Kreuznach, also auch eine Stunde entfernt aus Oberzhausen. Und dann ist er da hingefahren, hat halt nicht reserviert und ist dann wieder nach Hause gefahren, also nach Bad Kreuznach gefahren, weil kein Platz war. Das hat mir so leid getan. Ja, und er ist gerade ungefähr ein V12-Motorrad vorbeigefahren. Ja, bin ich nochmal mit ihm rein, dass er wenigstens für den nächsten Tag reservieren konnte, dass er wenigstens noch einmal als Umera kann. Und war er dann auch? War gut? Red ruhig weiter, ich hab nur deine Pfeife ein bisschen verschoben. Und ja, aber das ist so geisteskrank, was da mittlerweile abgeht. Also, Umera, größeren Laden bitte. Ja, definitiv, die müssen expandieren. Die könnten einen doppelt oder dreifach so großen Laden haben, das wäre immer noch okay. Ja, vor allem, ich hab letztens um Umut geredet, als wir gestern da waren, wo es auch voll war, würdest du mir auch noch eine Kohle reinlegen? Ja. Und als wir gestern da waren, dann meinte er mir zu mir so, ja, eigentlich, Laden ist zwar voll, aber eigentlich sind es alle Stammkunden hier und ich gucke mir so an, Ja, es sind alles mittlerweile Stammkunden. Ja, und ich so, willst du dann nicht vielleicht mal einen größeren Laden machen? Also, mittlerweile ist es wirklich krass. Nee, aber da haben wir uns auf jeden Fall zu zehnt, waren wir dann, da sind dann Angel und der Cutter von ihm noch dazu gestoßen, haben uns dann einen entspannten Abend gemacht, haben, glaube ich, zwei Köpfchen geraucht, eine schöne, entspannte Runde gewesen und ja, dann sind wir auch irgendwann abgezogen, weil am nächsten Tag stand ja auf dem Plan für die Jungs auf jeden Fall noch Essen fahren. Ach nee, Stefan war sogar auch noch dabei, Huka Pras kam noch vorbei. Ja, in Mumera war der auch noch dabei, genau. Und für euch stand ja am nächsten Tag auf dem Plan noch Essen fahren, bevor es zu Moxie ging. Ja, wir hatten ja das große Theme mit den Berlin Boys, gibt es guten Döner in der Frankfurter Region? Und wir haben bei Holle, weiß ich nicht, drei, sechs, fünf, acht, neun oder so, hat Postleitzahl von Buxtehude, ist wohl irgendwie ein Buddy von Monde oder so, auf jeden Fall hat er so einen Essenskanal, so einen Food Channel, wo er halt auch ab und zu dann eben mal Fast Food, oder was heißt Fast Food, Döner, Döner Fast Food, schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also es ist schon Fast Food, aber nicht, du würdest es nicht direkt einkategorisieren. Also ist auf, ja egal, wir müssen jetzt nicht die Kategorie von Döner, auf jeden Fall testet er halt auch Dönerläden und er hat gesagt, Tonbull Döner in Frankfurt ist geisteskrank nice und dann, wenn man mir sowas erzählt, dass es gutes Essen bei mir in der Nähe gibt, dann teste ich das eben auch sehr gerne mal. Und dann dachte ich mir, was gibt es für eine bessere Gelegenheit, als wenn die Berlin Boys da sind und dann sind wir, bevor wir dann zum Moxie um 15 Uhr gefahren sind, sind wir eben mit den Berlin Boys und mit Sandro, bin ich dann nach Frankfurt gefahren und dann sind wir zum Tonbull Döner. Erstens, sieben Euro der Döner. Ist schon hart. Die nutzen ihren Namen gut aus, man muss aber auch sagen, trotz sieben Euro war davor eine Schlange, also würde ich es wahrscheinlich nicht anders machen. Können die meiner Meinung aber auch nehmen. Es ist ein recht besonderer Döner. Also es ist ein recht besonderer Döner für einen Klassik-Döner. Es sind jetzt keine fancy Zutaten oder so oder kein ausgefallenes Zeug, aber für einen normalen Döner ist es schon besonders. Es ist ein sehr breites und wenig hohes oder tief ist eigentlich die Dimension. Also es ist nicht einfach so ein rundes Fladenbrot, es ist ein sehr breites. Es erinnert mehr an so eine Baguette-Form. Okay. Aber halt auf einem normalen Döner-Brot-Style. Ja. So, das Fleisch da drauf ist eine 10 von 10. Die Soße, es ist a, relativ wenig Soße drauf, manche lieben es, manche hassen es. Ich persönlich fand es sehr geil, vor allem, weil das Fleisch an sich halt schon so eine unglaublich geile Attraktion war. Deswegen habe ich da gar nicht noch irgendwie eine fancy Soße oder sowas gebraucht. Feldsalat und ansonsten relativ normales Gemüse, was ich aber extrem geil finde, ein Schuss Zitrone noch oben drüber. Ja. Finde ich, lässt einen Döner noch mal ganz anders poppen. Und ja, dann haben David und ich uns mit Hashtag Massephase noch eine Pide geteilt. Ende vom Lied war, wir waren alle so voll vom Döner, dass jeder noch ein Stück, also jeder am Tisch einfach noch ein Stück Pide gegessen hat und dann war gut. Ja. Kinga und Simon haben uns übrigens auch noch in Frankfurt getroffen, die waren auch noch mitessen. Und ich würde dem Döner auf jeden Fall ne, ja, neun, 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 und bist du wirklich in Frankfurt bis so 20, 25 und aber ans andere Ende dann einmal komplett entweder um Frankfurt rum oder durch Frankfurt durch, können schon 40 Minuten sein. So und der Döner ist relativ ungünstig gelegen für uns. Also ich glaube, du fährst schon 35 Minuten von uns aus. Ich würde jetzt nicht extra die 35 Minuten fahren, wenn ich halt auch einen hervorragenden Döner, keine Ahnung, 10, 15 Minuten von mir habe. Aber wenn ich da mal in der Gegend wäre, würde ich da auf jeden Fall wieder hingehen. Aber da gingen die Meinungen ja auch auseinander. Ja, David fand den nicht so gut, weil er die Soße nicht geil fand, aber Cengiz und ich waren halt so, ja Digga, aber das Fleisch, das Fleisch ist doch so killer. Aber irgendwie hat sich David nicht so ganz drauf eingelassen. Aber gut, es ist wie es ist bei Geschmackssache, da kann man viel diskutieren und es bringt trotzdem nichts. Ich würde aber schon sagen, dass das ein hervorragender Döner ist. Kann man machen, definitiv. Sehr gut. Also wenn du da mal in der Nähe bist, schlag zu. Ja genau, ich war nicht dabei, ich habe gut gefrühstückt gehabt an dem Tag und da brauchte ich nicht um 12 Uhr noch einen Döner und da habe ich gesagt, ich gehe vielleicht noch eine kleine Runde. Aber es war doch ein Frühstücksdöner, verstehe ich jetzt nicht. Aber ich habe gesagt, ich gehe vielleicht noch eine kleine Runde trainieren, da habe ich noch eine kurze Pull-Session gemacht. Ich hatte zum Glück eh an dem Tag Rest Day. Dann perfekt. Und dann haben wir uns alle in Frankfurt getroffen. Genau, dann ging es nämlich weiter, dann sind wir zum Moxie gefahren und da war dann Treffpunkt um 15 Uhr. Dann sind wir erstmal in die Lobby rein schon jede Menge Leute. Dann waren Ali da, also Ali und Yannick, sprich Hookace, Kassel, wer war noch so da? Anita war da, René war da, Karbon war da. Ganz viele. Wir kriegen es jetzt eh nicht hin, alle aufzuzählen. Aber es waren ein Haufen Leute da und es war halt extrem geil. Es ist so schön, dass es endlich wieder Events gibt und Reisen gibt und Treffen gibt und man sieht die Leute aus der Shisha-Szene mal wieder. Man kann sich direkt unterhalten. Das sorgt für so viel mehr Sympathie und Empathie. Das ist der Wahnsinn. Und da bin ich extrem froh drum. Und auch bei dem Event war das halt eben einfach mega, dass man da alle Leute mal getroffen hat und einfach mal wieder zusammen wirklich physisch gemeinsam ein Köpfchen rauchen konnte. So, und dann sind wir da rein, dann gab es eben erstmal so ein kurzes Ja Moin, wir machen heute so und so und dies und dies und auf einmal war dann so, ja und die Autos sind da und dann drehen wir uns um, gucken aus dem Moxie raus und dann stehen da einfach drei fette Stretch-Limousinen. Eine krasser als die andere. Die erste vorne, eine Stretch-Limousine mit einem Rolls-Royce, aber auch irgendwie so einen Lincoln-Style, irgendwie so ein Mix, vorne irgendwie so Rolli-mäßig, hinten irgendwie Lincoln. Dann gab es einen umgebauten Deluxe-Schulbus-Strech-Limo-Style-Ding und dann gab es noch einen umgebauten Hammer zur Stretch-Limousine. So, und dann haben wir uns in die Limo gesetzt und dann habe ich den Fahrer gefragt. Erstmal kommt unsere Glanzleistung natürlich erstmal, weil ihr müsst euch vorstellen, Marvin, dann der Stefan und Simon und ich kamen auf die glorreiche Idee, dass wir ja solche dünnen Menschen sind, die auch keinen Platz wegnehmen. Alle dünn und klein. Alle dünn und klein, dass wir uns natürlich alle zusammen in die Stretch-Limo, in die relativ tief liegende Stretch-Limo reinquetschen müssen. Wobei im Nachhinein, ich glaube, das einzig Richtige für uns wäre der Bus gewesen. Aber der Hammer war ja noch viel schlimmer. Das stimmt, ja. Aber gut, das ist wieder Meckern auf sehrerem Niveau. Auf jeden Fall sind wir dann in die Stretch-Limo. Haben uns dann erstmal natürlich sehr gefeiert. War natürlich schon geil. Also Limo fahren, das ist halt immer, wo sieht man Limos? In Filmen, in geilen Situationen. Und dieses Feeling schwappt natürlich auch direkt wieder über. Und dann sind wir losgefahren ausgefahren. Und dann frage ich so den Fahrer, sag mal, weißt du eigentlich, wo wir hinfahren? Er so, ja, Kaschimba in Rottgau und Alex und ich so, nicht im Ernst, Digga. Zum Kaschimba fahre ich eine Viertelstunde und ich glaube, Alex ist noch ein bisschen schneller da. Also wirklich, wir hätten uns eine Menge Weg ersparen können, wenn wir einfach direkt zu Kaschimba gefahren wären. Na gut, egal. So saß wir wenigstens in der Stretch-Limo. ist auch absolut in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, kann man hinnehmen. Und dann sind wir beim Kaschimba angekommen und da standen schon fahnschwingende, wedelnde, fahnschwingende, wedelnde? Fahnenwehende, nee, fahnschwingende Frauen. Wenn du das meinst. Die Frauen schwingen ja die Fahnen. Genau. Genau. Also da standen Frauen mit Fahnen davor, die die hin und her geworfen haben. Genau. So. Und ja, dann standen wir halt so davor und dann ging es los im Kaschimba. Ja, also erst mal große, große Gruppe sich gebildet, alle ausgestiegen und Marvin und ich so, ich meine, wir kennen ja das Kaschimba. Dachten so, okay, gehen wir halt einfach mal rein. Nee, ich habe sogar gefragt. Stimmt, du hast sogar gefragt. Ich habe sogar gefragt, können wir schon reingehen? Und eine Al-Facher-Mitarbeiterin so, ja, ja, geht rein. Und wir laufen so rein und die so, nein, noch nicht. Und wir so, wow, okay, sorry, ich hatte gefragt, tut mir leid. Gehen wir gerade wieder raus, wollten uns gerade wieder zu den anderen Stellen auf einmal einer so, ja, Marvin und Alex, bitte. So, ja, danke, danke für nichts. Nee, und dann stehen wir so im Vorraum vom Eingang. So ein Windfang. Ja, genau. Garderobe. Garderobe. Und, sagst du Garderobe? Was? Sagst du Garderobe? Ich glaube, du hast eben Garderobe gesagt. Garderobe. Garderobe. Ja, ich glaube, du hast eben so auf schnell so, Garderobe. Das kann sein. Okay, machen wir da. Auf jeden Fall. Sorry. Wir dürften uns dort dann Merch aussuchen. Also gab es verschiedene Merchartikel von Esklar. Oder auch nicht. Also normalerweise dürfte man sich Merch aussuchen. Die größte Größe war XL. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr viel weiter erzählen. Ich bin kein XL-Mensch. Echt? Ich bin eher so der 2-3-XL-Mensch. Verstehe ich nicht. Also ich hätte Marvin echt in so einem XL-T-Shirt auf Crop. Schön bauchfrei. Ja, genau. Crop-Top. Crop-Top. Ja. Shoulder-The-Drop-Fit. Hättest du das dann wieder andere Influencer gemacht, weißt du? Crop-Crop. Immer diese Mode-Influencer. Naja, ich hab mir dann aber einen schönen Ring geschnappt von Esklar. Der war cool. Ja, der war echt cool. Hast du den nicht mehr an? Der liegt irgendwo im Auto. Ich hab mit dem rumgespielt und auf einmal hör ich so Plup, Plup, Verquarrer. Ah, belastend. Nee, das ist wie so ein Fidget Spin-Eint-Ding. Das kann sich in der Mitte drehen. Das ist so ein geiles Spielzeug. Aber auf jeden Fall haben wir uns da Merch ausgesucht und dann sind wir reingegangen. Und ihr müsst wissen, das Kashima hat eigentlich zwei Räume. Einmal den richtigen Shisha-Ba-Raum und einmal so einen Party-Raum. Und der Party-Raum wurde aber umgebaut, sodass da eben auch noch Sitzmöglichkeiten und sowas in der Mitte waren. Genau, also alles wirklich sehr, sehr schön hergemacht. Also ich meine, ihr kommt rein, habt dann einen langen Durchgang an der Bar lang und theoretisch direkt in der Mitte wurde so eine komplette Steige von Couches aufgebaut, wo wir uns dann... Also eine Riesensitzgruppe, kann man sagen. Genau, wo wir uns dann hinsetzen konnten. Haben wir dann auch gemacht. Am Ende des Ganges stand dann ein Fernseher schon mit dem SK-Logo drauf. Überall waren noch die fahrendenschwingenden Frauen, die dann um uns umstanden. Die übrigens auch relativ knapp bekleidet waren. Ich hab die Blicke vom Alex genau gesehen. Stimmt wirklich. Directly nicht töten, bitte. Das ist lustig, weil ich hab für meine Freundin den Tag so ein bisschen festgehalten und immer Videos oder Fotos gemacht. Und als wir reingegangen sind, als wir uns hingesetzt haben, hab ich dann auch ein Video gemacht und direkt neben mir stand eine von den fahrendenschwingenden Frauen. Ups. Und ich filme da so lang und die hatte schon einen echt komischen Blick drauf. Die hat richtig böse geguckt. Ach, war die so, Digga, filmst du gerade wirklich meinen Arsch? Ne, ja. Du perversling. Die stand ja in front of, also direkt vor mir, also im Gesicht zu mir. Ich filme da so lang und meine Freundin dann schreibt mir zurück, die will dich doch gleich töten mit dem Blick, oder? Da war es schon vorbei. Ja, auf jeden Fall haben wir uns da alles erstmal hingesetzt. Tische, alles mit SK-Logo, auch von den Energy-Dosen bis zu den Sektflaschen. Und ja, bis dann alle drin saßen, dann ging es dann langsam los mit dem Event. Also oben war auch eine kleine Bühne gewesen, wo dann erstmal der Renato so ein bisschen Ansprache gehalten hat. So, was ist SK? Worum geht's heute? Uns ein bisschen, ein paar mehr Infos gegeben hat, als wir am Anfang hatten. Ja. Also man muss sagen, dazwischen lagen noch so ungefähr 20 bis 30 Minuten, wo wir erstmal was getrunken haben. Also Alex und ich sind ja gefahren, das heißt wir mit Wasser, Cola und so, bis dann alle durch diese Merch-Station dann endlich mal drin waren. Und dann sind da so Sätze gefallen, dass das Event, oder dass die Events von SK Events sein werden, die man niemals mehr vergessen wird. Und ich saß da, ich denke mal, du saß auch da mit so einem leicht schmunzelnden Grinsen, weil das machst du natürlich öfters. Jeder Hersteller immer, meine Produkte sind die, meine Produkte sind die besten, meine Events sind die krassesten und es gibt nichts, was besser ist. Und so dachten wir dann halt auch so, ja, du kannst dann das jetzt schon in deiner Powerpoint da sagen und bestimmt ganz tolles Event, keine Frage, aber, ja. Ja. Ich nehme mal vorweg, ich werde es nicht mehr vergessen. Ich glaube, niemand von den Leuten, die da waren, wird es vergessen. Manche haben es literally in ihrer Haut. Aber dazu gleich mehr. Ja. Auf jeden Fall, kleine Ansprache gehalten, rund um die Marke erst mal. Und dann ging es auch schon relativ schnell los, dann kamen auf einmal die Shisha-Jungs raus, mit den Mauspfeifen, die es im Katschimmer üblicherweise gibt. Leider, mit Steinkopf obendrauf, mua, 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 und Kamin. Und, ja, auf jeden Fall. Nochmal für Kamin, Entschuldigung. Genau. Und jeder von uns hat eine Pfeife bekommen, was ich wirklich sehr, sehr gut fand. Ja, vor allem auch diese Geschwindigkeit. Ja. Also wie schnell, ich glaube, was schätzt du, 25 Blogger waren da? Ja, ungefähr. Und wirklich innerhalb von fünf Minuten hatte jeder eine Pfeife vor sich stehen. Das fand ich echt bemerkenswert. Und dann ging es erst, das erste Mal los, was ich auch krass fand, dass die wirklich für jeden Flavor einen eigenen Trailer hatten. Ja. Das fand ich auch krass. und ja, dann wurde uns der erste Flavor vorgestellt. Ich glaube, das war der Sexy Schieber. Das Ganze ist eine Mischung aus Mango-Passionsfrucht. Oh ja. Bitte, ist da noch was dabei? That's it. Aber, that's it. Und ich muss sagen, ja genau, und ich muss sagen, dafür, dass ich eigentlich kein Exotisch mag und dafür, dass es im Kamin-Kopf gelaufen ist, hat mir der Flavor echt gut zugesagt. Das war einer meiner absoluten Lieblingsflavor in Dubai. Und ich habe literally, seit wir heimgeflogen sind, mich jede Woche gefragt, wann dieser Flavor endlich kommen wird. Bald, glaube ich. Beziehungsweise jetzt, wenn der Cast rauskommt, ist er schon da. Ist er schon draußen. Ja, und dann dürfen wir auf jeden Fall testen. Marvin hat sich zum Glück darum bemüht, Funnels zu organisieren. Also ich bin irgendwann zu einem von den Alphaca Boys gegangen und habe gesagt, Jungs, ist richtig krass, aber ihr könnt halt nicht 25 von den größten Bloggern, europaweit muss man ja schon sagen, einladen und denen dann Kamin-Setups hinstellen. Again, ich will Kamin nicht haten, aber es ist halt einfach gerade in der Blogger-Szene so, dass wirklich niemand mehr Kamin raucht. Und wenn du dann Leute von deinem Event begeistern willst und wirklich alles ultra geil gemacht ist, aber dann da Kamin-Köpfe sind, dann ist das einfach wirklich ein absolut trauriges Beispiel. Und dann bin ich zum Arno gegangen und meinte so, Arno, es ist wirklich übel geil, aber warum Kamin? Und er war so, ja, wir haben das nicht mehr organisiert bekommen und es war alles so stressig. Aber ich finde ja den viel wichtigeren Punkt eigentlich, dass ihr die Flavor in Dubai in einem Funnel getestet habt. Genau. Das ist ja eigentlich das. Und er sogar noch die Story erzählt hat, wie wir den ersten Kopf im Kamin von denen gebaut bekommen haben und dann instant waren mit, können wir unsere eigenen Funnel bauen. Wir hatten sogar Funnel, haben die dabei. Und dann finde ich es einfach wichtig, dass man beim ersten offenen Tasting, wo dann wirklich, wie du gerade schon sagst, alle dabei sind, dass man das auch in den Setups dann den Leuten präsentieren kann. Ja. Aber ich konnte das zum Glück bewerkstelligen. Der Arno meinte dann so, ja, können wir da was machen? Und ich so, lass mich kurz telefonieren. Dann habe ich den Dennis von Shisha Union angerufen. Bad Homburg ist jetzt nicht super close, aber ist auch nicht weit weg. Ich glaube, da fährt man so 30, 40 Minuten in den Verkehr halt. Und dann habe ich so den Dennis angerufen und meinte so, Dennis, kannst du uns so schnell wie möglich 25 Oblakus und 25 HMDs ins Kaschimba nach Rottgau bringen? Und Dennis so, I'm on it, Bro. Ja. Und eine Dreiviertelstunde später hatten wir Oblaco und Funnel da. Äh, Oblaco und HMD da. Ja. So, Oblaco Monos und Kalautz hatten wir. Und dann, man muss dazu sagen, wie gesagt, Alex und ich waren da schon häufiger. Wir kennen den Nico, den Haupt-Shisha-Master in dieser Bar schon ewig. Also auch schon viel länger, als es das Kaschimba gibt. Ich kenne ihn noch von damals aus der Simba. Aus der Simba sogar noch? Ja. Ja, ich habe ihn kennengelernt, weil wir im gleichen Job gearbeitet haben. Ah, okay. Ja, ja, gut. Ja, ich sogar noch davor. Ja. So, und da war der Nico irgendwann so, ey, Jungs, seid mir nicht böse, aber ihr seid echt Penner, ne? Die haben schon so viele von den Steinköpfen vorgebaut. Ja, alle. Ja, alle. Und dann dürften die alle wieder ausleeren und wieder Funnel bauen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, wenn wir ihm die Scheiße einbrocken, dann helfen wir wenigstens. Und dann sind Alex, Flo und ich nach hinten gegangen und haben Köpfe gebaut. Und da kam mir eine Revelation, eine Offenbarung. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten den KS Apo mit dem Seeflexsieb, also auch noch dem runden, nicht nur unten, dem flachen Sieb vor uns. Und dann habe ich dieses Sieb genommen, habe meinen Daumen über das Pfannelloch gehalten, habe das Sieb reingekippt und habe den Tabak verteilt. Und no joke, es war zu viel Tabak für einen Kopf. In einem Apo mit Seeflexsieb ist mehr Tabak als im Blakko. Und ich hätte vorher die Hand für ins Feuer gelegt, dass das ultrasparsam ist im Vergleich zu einem Funnel-Hand. Ja, Sam, ich habe ja sogar Nico noch gefragt, hier, wo sind die Dosen, weil die Köpfe werden ja für eine Plakko nicht ausreichen. Ja, doch. Es ist teilweise so wichtig. Es wird sogar Tabak über. Ja, also ich habe den ersten Kopf, das komplette Seeflex im Mono verbaut und das war dieses andere Overpacking. Also danach habe ich auch wirklich immer gut was übrig gelassen, damit du einen normalen, fluffigen, leicht über den Rand stehen hattest. Man muss ja auch dazu sagen, da waren ja auch von den 25 Leuten, die da waren, waren, weiß ich nicht, 15 waren Shisha-Blogger und 10 waren halt so Lifestyle-Blogger. Den kannst du jetzt halt nicht. Overpack des Grauens mit drei Kohlen, Oblako und HMD. Ja. Die wussten nicht mal, was ein HMD ist. Ne, das haben wir denen dann so ein bisschen erklärt. Mir gegenüber saß einer, der macht wohl irgendwie TikTok oder so, keine Ahnung. Ja, der macht TikTok. Ja, der macht TikTok. Ja. War ein netter Kerl so, aber er hat halt keine Ahnung von der Shisha-Materie. Muss er ja auch nicht. Ist ja auch nicht sein Business. Aber dann haben wir dann halt versucht, so ein bisschen das denen zu erklären und auch der Emmy habe ich dann so ein bisschen erklärt. So, ja, das ist halt so eine sogenannte Smokebox, ne, auch HMD genannt. Ist halt für uns deutlich intensiver. Mehr Rauch, mehr Geschwack. Es kommt von allem einfach mehr rüber. Und den kannst du aber halt nicht overpack mit drei Kohlen hinsetzen. Ne, das geht halt nicht. Auf jeden Fall hat mir dann Nico geholfen, da die Köpfe zu bauen. Dann war der auch wieder happy. Und dann ging es in die nächste Runde und ab da kam das dann halt doch schon nochmal deutlich geiler rüber. Und nicht nur das kam geiler rüber, auch das Event wurde nochmal ganz schön gelevelt ab. Da sind nämlich noch andere Sachen passiert. Ich würde gerne nochmal zurückgehen in den Punkt und zwar, weil du gerade die Lifestyle-Influencer angesprochen hast. Das fand ich ein sehr, sehr witziges Bild über das gesamte Event hinweg. Du hast richtig gesehen, so wenn du als Außenstehender da gewesen wärst, hättest du wirklich betiteln können, wer Lifestyle-Influencer ist und wer wirklich Shisha-Influencer ist. Weil die Lifestyle-Influencer, es gab auch einiges an Alkohol, es liefen leicht begleitete Frauen durchgehend rum, haben auch getanzt und alles. Und die Lifestyle-Influencer haben das wirklich zelebriert. Die haben Party gemacht, die haben hier noch ein Selfie gemacht, da noch ein Livestream, da noch ein TikTok und die Shisha-Influencer, wir saßen alle da und haben unsere Pfeife geraucht. Ganz gemütlich mit der Cola Zero am Köpfchen genuckelt. Und waren froh, dass wir Funnels hatten. Ja, das war wirklich so. Das fand ich wirklich ein lustiges Bild, muss ich sagen. Aber, ne, als wir dann saßen und so unsere Funnel geraucht haben, auf einmal ist die Musik ein bisschen lauter geworden, die Tür ist aufgegangen und reinkam ein Kerl mit vier Frauen, drei Frauen, und ich weiß es gar nicht mehr. Vier oder fünf. Die auf jeden Fall extrem knapp begleitet waren, auf die Bühne gerannt sind, die Frauen haben da ihre Tanzshow abgezogen und der Typ mitten im Kashimba einfach angefangen mit einer Feuerspuckshow. Ja. Und wir waren alle so, what the fuck is happening? Ich auch. Ich hab auch so gesagt, ich glaub, ich bin hier grad im falschen Film. War das nicht ein Tasting oder sowas? Ne, es war also geisteskrank, was da aufgefahren wurde. Das war auch nicht irgendwie so ein Fünf-Minuten-Ding. Der stand da mindestens eine Viertelstunde, hat er zuerst... Mehr? Mehr. Vorneweg eine halbe. Ja? Ja, locker. Weil er hat jetzt zuerst Feuer gespuckt, dann hat er noch selber rumgetanzt, dann hat er noch mit den Mädels getanzt. Ja, ja. Aber der hat komplett abgerissen. Der hat wirklich abgerissen. Und die Frauen? Auch. Aber das war noch nicht alles. Dann ging es nämlich noch weiter, dann kamen noch Polizistinnen. Ne, jetzt zwischendurch war noch was anderes. Ja, da wollte ich gleich zukommen. Ach so, okay, gut. Dann machen wir erst mal das weiter. Also es war auch nicht so, erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Das ging alles so ineinander über und hat sich alles gesteigert und wir waren nur noch so, what the fuck, wo sind wir hier, Digga? Auf jeden Fall kamen da Polizistinnen rein, aber halt nicht so richtige Polizistinnen. Die hatten irgendwie eine sehr komische, sehr enge Lackuniform an. Die auch etwas geschrumpft ist. Etwas. Etwas. Auf jeden Fall sind die dann rumgelaufen. Das war die schönste Situation. Dann wollte eine Alex ein Lapdance verpassen. Ja, die ist halt zu mir gekommen mit ihrem komischen Knüppel da und ich so, ne, 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 ne. Der Alex war so, meine Freundin bringt mich um, meine Freundin bringt mich um, meine Freundin bringt mich um, dreht sich so weg, tut so, als ob er es nicht mitkriegt und sitzt so awkward am Handy so, please don't do the Lapdance, my girlfriend's gonna kill me, please don't. Nicht mehr das, das ging einfach so, einfach, nein. Schade, dass ich da nie saß. Wir hätten Plätze tauschen können, du hast ja, Flo, bei seinem Tattoo geholfen. Ja, stimmt. Speaking of Tattoos. Die nächste krasse Story. Ich merke schon übrigens, diese Folge wird eine reine SK-Event-Folge. Auf jeden Fall geht dann irgendwann wieder einer der Mitarbeiter auf die Bühne, nimmt das Mikrofon und schreit ins Mikrofon, wer will ein SK-Tattoo? Und wir waren so, Bruder, was? Bruder, was? Und ich dachte so, ja, das macht doch eh keiner. In dem Moment reißen drei Leute ihre Hände in die Luft und sind so, ich, ich, ich lass mich tätowieren. Ich war so, Digga, what the fuck, du kennst diese Marke seit einer Stunde und du willst jetzt in die Haut jagen? Ich muss dazu sagen, zwei von denen, die sich gemeldet haben, die kannten wir auch jetzt nicht, also die haben wir da kennengelernt. Ja, da waren die TikTok-Stars. Genau, und die waren, die waren auch schon tätowiert. Also bei denen ist es... Ja, eine extrem, der hatte auch Gesichtstattoos und alles und so. Bei denen fällt das jetzt vielleicht nicht so krass auf. Aber wer sich noch gemeldet hat, war halt der liebe Angel. Ja. War auch ich erst mal völlig perplex, so als ich gesehen habe, dass Angel sich gerade meldet. Und ich so, what? Angel war auch gut mit dabei bei der Party. Kann man schon sagen. Der war am Start. Angel, grüße, geht raus. Ja, auf jeden Fall war der Angel so, ja, mach ich. Gib her, das Ding. Und dann gab es da echt so eine Tattoo-Station, wo die hingegangen sind und dann haben die sich das stechen lassen. Ja. Und der Angel hat jetzt auf dem Unterarm, vor dem Handgelenk, auf der Innenseite ein SK-Tattoo. Ja. Das ist jetzt in seiner fucking Haut, Digga. Ja. Wahnsinn. Also... Ja, stell dir mal vor, die nächsten Flavor, die kommen werden, hat ihm einfach gar nicht geschmeckt. Ja, stell dir mal vor, alle Flavor werden scheiße. Also ich meine, er hat sie ja vorher zum Glück probiert, aber trotzdem die Vorstellung oder... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also niemals würde ich mir ein Markenlogo von der Marke, die ich seit anderthalb, zwei Stunden kenne, unter die Haut jagen lassen. Es war schon geisteskrank. Ja. Aber wir haben uns auch tätowiert, in Anführungszeichen. Es gab nämlich für die Leute, die nicht die Balls in der Hose hatten, für ein richtiges Tattoo, also übrigens 98% der Leute, die da waren, gab es Aufklebetattoos. Und irgendwie ging's dann irgendwann los, dass du die ersten Mal so aufnimmst. Also das Erste war, da war ich vollkommen perplex, ne? Da war eine wunderschöne Frau. Kann man nicht anders sagen, die Frau war bildhübsch. Wirklich 10-10. Bild von der Frau. So, genug. Aber ich, minding my own business, bin da irgendwie gerade am Handy, mach gerade so ein paar DMs, bisschen Story, dies, das und guck so rüber und seh einfach nur, wie sie so mit einem nassen Schwamm auf ihrer Brust rumtupft und sich einfach das Tattoo mitten auf die Bubis packt. Und ich war wirklich total perplex in dem Moment, weil ich nicht mit gerechnet hab, dass sich da jetzt eine Frau mit einem nassen Schwamm auf den Brüsten rumtupft. Ich war wirklich so, was geht hier ab, Digger? Also ich hab's wirklich kurz nicht geglaubt, als ich rüber geguckt hab. Und dann war ich, ich guck so hin, realisiere, wo ich hinguck und war so, ne, 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 da darfst du nicht hingucken. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nicht auf deine mit einem Schwamm voll getropften Brust gucken. Tut mir leid. Ja. Auf jeden Fall hat's uns dann irgendwann auch gepackt und dann haben wir uns auch mal richtig fett tätowiert. Ja, du hast ja noch einen Joke gebracht, also dann. In der Story. Ach so. Ich hab halt die ganzen tanzenden Frauen auf der Bühne gefilmt und hab drunter geschrieben, in Anführungszeichen, nein, Schatz, ich bin wirklich nur in der Shisha-Bar. Den fand ich gut. Der musste raus. Der war echt gut. Der war echt nice. Naja. Auf jeden Fall haben wir uns dann auch tätowieren lassen. Als angefangen, dann hat der David sich das erste auf die Hand gepackt. Ja. Dann hab ich mir eins auf die Hand gepackt. Und dann meinte Kinga irgendwann so, Marvin, du brauchst noch ein Tattoo. Und dann hat sie mir eins auf den Hals gepackt. So voll in die Mitte. Dann hat sich Cengiz eins auf den Hals gepackt. Ohne Spaß bei Cengiz, der könnte es einfach tragen. Safe. Auch David mit den Handtatttoos fand ich übel cool. Fand ich wirklich übel cool. Bei dir weiß ich nicht. Also so nicht. Nee. So so nicht. Aber Cengiz hatte das hier wirklich am Hals gehabt. Ja, an der rechten Seite. Genau. Und das war so ein Rosentattoo. Also so zwei Rosenblätter mit einem Dorn hinten verlaufend. Das sah echt gut aus. Das sah killer aus. Das hätte auch einfach genau so bleiben können. Ja. Abgesehen davon, dass er wohl enterbt wird von der Familie, wenn er das macht. Aber abgesehen davon hätte er das genau so tragen können. Das war schon wirklich killer. Ja gut, und du standest halt vor deiner normalen Tattoo-Station. Das war der nächste Joke des Tages. Und dann kam nur so I did it. Also in der Story, ich filme auf die Tattoo-Station, schreibe in die Story I did it, dreh dann die Kamera um und zeig mein Hals-Tattoo. Weißt du, was mein Highlight war, Alex? Ich habe ja wirklich nicht geglaubt, dass das irgendjemand für ernst nimmt. Und dann hat mir der Basti ein paar Tage später im Discord erzählt, Marvin, bei deiner Tattoo-Story war der P.I. so, hat der Marvin das wirklich gemacht? Und ich war so, nicht dein Ernst. Sag mir bitte nicht, der hat das wirklich geglaubt. Ja, also Pia dachte wohl für einen kurzen Moment, ich habe jetzt ein Hals-Tattoo. Und es ist auch instant verheilt auf magische Art und Weise. Ja, klar. Immer so. Man kennt ihn. Ja, das war auf jeden Fall super krass. Flo hat sich auch den Spruch with us or against us einmal über den Hals, fand ich auch wild. Und ja, da haben wir dann auf jeden Fall noch den letzten Flavor geraucht. Und dann ging es auch irgendwann, weil ich glaube, so um neun Uhr hieß dann so langsam Aufbruch. Ja. Weil wir sind noch gut essen gegangen. Oh ja. Und da gab es für mich ein Highlight. Also, wir sind nach Frankfurt wieder gefahren zu The Ash. Ja. Vielleicht kennt ihr das, das ist nämlich eine Kette, gibt es in mehreren Städten. Ich glaube auch Oberhausen und, ach keine Ahnung, ich weiß nicht die ganzen Städte, aber gibt es in einigen Städten. Und auf jeden Fall gibt es auch eins in Frankfurt. So. Und dann sind wir da hingefahren und es ist halt schon ein gutes Steakhouse, kann man sagen. Ja. Wir hatten erst in die Karte geguckt unterwegs, weil wir schon mal wissen wollten, wo wir denn hinfahren. Und dann haben wir schon gesehen, Tomahawk Steak für 100 Euro. Und dann war ich so, Bruder, was? Ja. Also, man muss dazu sagen, Alex und ich sind schon zwei Jungs, die gerne essen, viel essen, aber halt auch wirklich das, wir sind halt so Genussmenschen. Also wir essen auch wirklich gerne gut. Genau. Also wir schaufeln nicht nur irgendeine Scheiße in uns rein, sondern wir sind auch echt gerne dabei, wenn es wirklich um gutes Essen geht. Ja. Und wir haben da halt auch eine Wertschätzung für und so. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall sind wir dann zu der Ash und dann haben wir das Menü gesehen. Und dann haben wir gefragt, müssen wir bestellen oder kommt das einfach so? Und dann so, nee, nee, das kommt alles einfach vor euch auf den Tisch. So, und dann gucke ich so auf das Menü und die Hauptspeisen, die dann alle vor uns verteilt wurden, waren einmal Trüffelnudeln, Hummer und das, 100 Euro Irish Tomahawk Steak. Und das, boah, Feierabend, das war natürlich schon eine Ansage. Ich muss aber sagen, ich war enttäuscht vom 100 Euro Tomahawk Steak. Also wäre ich da hingegangen und hätte gedacht, weißt du was, heute gönne ich mir mal was Krasses und ich hole mir dieses Steak für 100 Euro, dann wäre ich massiv enttäuscht gewesen. Ja, verstehe ich. Also, wir haben alle Medium bestellt, das erste kam Medium Raw, vielleicht sogar fast Englisch. Also ich würde es eher als Englisch sprechen. Also für mich sah das da aus, so einmal durch die Pfanne gezogen, und ab aufgeschnitten. Ja, also das war schon sehr raw. Zwischen Englisch Medium Raw, irgendwie sowas. Also es war definitiv nicht Medium. Ja. Da kann man sich einig sein. Das zweite, das kam, war wirklich Medium und das dritte war fast well done. Und, sorry, aber ich bestelle mir nicht Premium 100 Euro Tomahawk Steak, dafür, dass ich es dann well done esse. Ja. Wenn das euer Ding ist, go for it, aber für mich ist das, also dann geht nicht. Dann muss ich halt auch nicht ein 100 Euro Steak bestellen. Dann kann ich auch noch Rumpster essen. Ja, aber so ein, also so ein billiges. Ja, genau. Also so ein Standardding, weil es ist halt einfach, nein. Es ist Verschwendung von diesem Fleisch für mich. Genau. Ja. So, auf jeden Fall, geschmacklich war das, was kein Fett da dran war, extrem lecker. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch am Tisch war, wir saßen ja nicht zusammen, aber unsere waren wirklich extrem fettig. Ja, bei uns auch. Also teilweise hatte ich das Gefühl, ein Drittel von dem, was da auf dem Teller war, musstest du wegschneiden. Ja, mein Teller sah auch irgendwann sehr nach Müllhalter aus, weil ich halt irgendwann das Fett weggeschnitten habe. Also nicht alles, aber so den Hauptteil, weil teilweise waren ja wirklich so Fettklumpen noch dran. Und bei mir lag halt noch die Hummerschale rum. Ja. Hummer gab es auch und ich glaube, alle bei uns, also ich saß mit Simon, Kinga und David am Tisch, wir haben alle noch keinen Hummer probiert. Und ich muss dazu sagen, ich bin sowieso kein Freund von allem, was aus dem Meer kommt. Also gibt es so eine Faustregel, wenn es aus dem Meer kommt, kommt es nicht in mich. Ganz einfach, ob das Krebse sind, ob das Muscheln sind, ob das Fisch ist. Es gibt natürlich hier und da eine Ausnahme. Ja, ich esse Fischstäbchen und Lachs und Thunfisch geht in gewissen Zubereitungsvarianten, schon. Aber im Großen und Ganzen bin ich da kein Freund von. Aber ich dachte mir so, gut, Hummer wird halt immer so gehypt und Delikatesse, bla bla. Ich probiere es mal. Aber ganz ehrlich, das glibbert da so in der Schale rum und schmecken tut das jetzt auch nicht besonders, oder? Mir ist gut geschmeckt, muss ich sagen. Aber das ist doch, also dafür, dass das immer so gehypt wird und als so Essen der Schönen und Reichen, ich war so, Digga, das schmeckt wie ein glorified Fisch. Das ist halt so, ich würde sagen, Hummer ist so ein Prestigeding. Ja, aber halt ein Sinnloses für mich. also ich finde es lecker und ich meine, wenn ich es kostenlos bekomme, das Ding war halt bei... Wie gesagt, wir haben es ja auch probiert. Und bei mir am Tisch war halt auch keiner so, keiner hat Hummer gegessen. Das heißt, ich hatte die drei Hummer-Helften für mich als eine und da bin ich der Letzte, der Nein sagt. Da lässt sich der Alex nicht lumpen, ne? Also mir hat es geschmeckt. Okay. Also wir haben es alle probiert und wir waren alle absolut nicht begeistert von Hummer. Also von meiner Perspektive aus gesehen, macht euch nicht verrückt, wenn ihr noch nie Hummer gegessen habt. Meiner Meinung nach habt ihr da absolut nichts verpasst. Das ist minimal geiler als vergleichbare Meeresfleuchviecher. Ja. Ich finde das übrigens so ein bisschen Doppelmoral, dass die Europäer dann immer so auf die Asiaten gucken und sagen so, ey, die essen Insekten und sowas. Digga, hast du dir mal einen Hummer angeguckt? Das ist ein Wasserinsekt, Junge. Ja. Und etwas zu groß geraten ist. Ja, und das ist dann auf einmal eine Delikatesse, oder was? Die Menschen sind einfach bekloppt. Ja. Fressen einfach eh alles. Ja, das ist halt die kognitive Verbindung von den Menschen. So Insekten, dreckig, Nerven. Ja, aber so ein Hummer sieht halt auch... Also das ist die Spinne des Wassers, Digga. Ja, aber einen Hummer hast du dich bei dir zu Hause rumlaufen. Ja, ja. Ja, genau. Und das ist halt diese Verbindung, die die Menschen aufbauen. Verstehe ich. Aber also verstehst du auch, was ich sagen will? Natürlich. Dass das irgendwie Bullshit ist. Ist auch Bullshit. Ja. Und für mich schmeckt es auch nicht geil genug, um dafür so viel Geld. Weißt du, was der Hummer auf der Karte kosten würde, wenn man den bestellt? Nee, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich viel zu viel. Ja. Zumindest für mich. Gut. Aber dann kam mein Highlight. Also erstmal, dann hat sich die Gruppe geteilt. Genau. Weil dann sind die ersten zwei Autos schon los zur nächsten Station. Das wäre nämlich dann der Adlib-Club gewesen. Genau. Der auch um die Ecke vom Moxie-Hotel war. Genau, wir sind erstmal dann zum Moxie-Hotel gefahren, haben noch Sachen weggebracht und sind dann langsam Richtung Adlib gelaufen. Ja. Beziehungsweise uns wurde auch noch gesagt, dass Adlib wurde halt ein Flur anscheinend gemietet und es gibt Pfeifen. Ein Flur. Flur. Kein Flur. Doch ein Flur. Musstest du auf dem Flur rumstehen? Ja. Belastend. Auf jeden Fall, dass es da gemietet war und dass wir halt Pfeifen bekommen und dann dachten wir so, ja komm, ich brauche gerade keinen Nachtisch, weil bei uns am Tisch wurde sehr viel übrig gelassen und bei uns wurde nichts übrig gelassen. Ja und ich habe halt dann noch so lange gegessen, bin ich halt wirklich voll war und dann dachtest du der Nachtisch, ah, musst jetzt nicht dann, dann fahr ich schon mal mit. Ja. Aber du bist ja noch da gewesen. Ich war definitiv Nachtisch, ahoy. Und oh boy, I made the right choice. Es gab zwei Nachtische, es gab einmal einen Apple Crumble mit Vanille Eis, der war gut, sehr gut sogar, aber dann gab es Key, Lime, Törtchen und heilige Scheiße. Die sahen, also erstens war es hervorragend angerichtet, generell das Restaurant wunderschön, sehr schön gemacht, alle Speisen super schön angerichtet. Vor allem auch super schön offen von der Einrichtung her. hohe Decken, viel Platz. Dieses Raumgefühl war gut. Ja, das Raumgefühl war wirklich gut und der Service war auch sehr, sehr freundlich. Key Lime, Törtchen, Freunde. Wunderschön angerichtet steche ich meine Gabel ins erste kleine Törtchen, führe ein Stück der Versuchung zu meinem Mund, steck's in meinen Mund und denk mir so, heilige Scheiße, das ist die Essenz aus einer Milliarde in der italienischen Sonnen gereifte Zitronen. Es war einfach eine Geschmacksexplosion. Also es ist jetzt instant in den Top 5 Nachtischen, die ich jemals in meinem Leben probiert habe. Das war so geisteskrank lecker. Alle sind auf diesen Apple Crumble abgegangen und alle haben gesagt, die Törtchen sind geil, aber keiner ist so drauf abgegangen wie ich. Ich weiß nicht, ob einfach ich und dieses Törtchen eins sind, aber für mich war das wirklich das Beste, was ich dieses Jahr gegessen habe. Krass. Mit Abstand. Ich hätte mich reinlegen können. Dann kam irgendwann der Kellner und ich meinte so, ey Leute, eure Key-Lime-Törtchen, ne? Fucking insane, die sind so geil. Soll ich mehr bringen? Ich bring mehr, warte kurz, ich bring noch ein paar. Dann ist der los, hat noch mehr gebracht und ich war so, ich hab hier drei Teller und keiner isst die Dinger, ich muss die alleine vernichten. Dann hab ich es nicht ganz geschafft und dann hat er mir den Rest sogar eingepackt. Dann hab ich sonntags beim Formel 1 auf der Couch gesessen und hab diese Key-Lime-Törtchen gegessen, Junge, und ich war wieder im Himmel. So nach deiner Beschreibung, ich muss da eigentlich echt mal allein wegen dem Nachtisch. Ey, sag Bescheid, ich komm sofort mit, aber ich schwör dir eins, ich esse nur Key-Lime-Törtchen, ich bestell dreimal Nachtisch. Okay, ja. Ey, können wir jetzt hinfahren? Warum lachst du? Ja, weiß ich ja noch nicht, ob das klappt. Achso, ja. Ja. Belastend. Ja. Auf jeden Fall, während Marvin seinen Geschmacks-Orgasmus mit seinen Key-Lime-Törtchen Orgasmen mit seinen Key-Lime-Törtchen hatten, waren wir schon am Moxie angekommen und sind schon mal langsam Richtung Ad-Clip gelaufen. So, und dann stand man da vor, Riesenschlange erst mal und anscheinend war halt reserviert, deswegen sind wir nach vorne gegangen und das hat alles ein bisschen länger gedauert mit dem Klären, weil von der Aussage der Türsteher war, weil von der Aussage der Türsteher war halt nur eine Frau von Alfacher, also von SK dabei und halt sechs Jungs und das, es wären zu viele Jungs gewesen. Da wurde dann erst mal rumdiskutiert, bis wir dann irgendwie so nach 15 Minuten so langsam rein durften. Dann haben wir uns halt schon gefreut, okay cool, dann wird ja wohl der eine Floor gemietet sein und wir kriegen unsere Pfeifen dann, Tisch gemietet und alles. So, wir fahren da hoch. Dann wurde ich erst mal angemault, weil, ja, habe ich dir das noch nicht erzählt? Ne, das bei dem Anmaulen weiß ich nicht. Wir kommen da hoch in den siebten Flur und dann ist er in... Flur? Auf jedem Stockwerk ist er eine Garderobe. Ja. So, und ich dachte halt so, ich lasse halt, ich hatte halt von SK, habe ich mir so diese Cottage-Shacke genommen und unten drunter nur ein T-Shirt und da dachte ich so, ja, Cottage-Shacke lasse ich einfach an. Das finde ich ganz cool, ist nämlich nicht so warm, das passt. Dann wollte ich da durchgehen, zu unserem gemieteten Bereich. Flur? Genau. Dann kommt einer von den Security-Leuten zu mir und meint so, so kannst du hier nicht rein. Du kannst mit Cottage-Shacke hier nicht rein. Da musste ich wirklich meine Cottage-Shacke noch für zwei Euro abgeben, in der Garderobe, dass ich dann rein dürfte, weil geht ja nicht. Wirklich Club-Experience, einfach von A bis Z immer scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir das früher angetan habe, also mittlerweile habe ich ja wirklich einen Hass auf Clubs, das ist der Wahnsinn. Es ist voll, es ist ekelhaft, es ist teuer, es ist unnötig, es ist fucking laut, du kannst mit niemandem reden. Ganz ehrlich, in die Stadt fahren mit den Jungs, in ein paar geile Bars gehen, ein paar gute Cocktails, Drinks, whatever, und sich auch noch mit Leuten unterhalten können, ist ja wohl eine Milliarde mal geiler als fucking Clubs. Auf jeden Fall, ich laufe dann am Security-Typen vorbei, zwei Meter weiter, tanzt eine Frau mit Cottage-Shacke, und ich habe mich so hart verarscht gefühlt. Und hat der Alex einfach diesen KB gemacht, so mit den Händen, so. Ich dachte, war das gerade dein fucking Ernst? Weil du halt ein Mann bist. Ja, safe, safe call. Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir dann lang gelaufen, ich war schon so, okay, wo ist jetzt unser gemieteter Bereich, weil alles komplett voll war. Der Flur? Der Flur war komplett voll. Entschuldigung. Und da werden wir halt zu so einer Tisch-Area gebracht, wo halt so ein paar Tische, die halt abgespannt waren, setzen uns da hin, und ich gucke Cengiz so an. Ich stelle mir so nicht so, wenn ich so umgucke, so Woller Pfeife. Ich gucke Dings Flur so an und gehe Cengiz rum und meine so, jetzt, wo sind die Pfeifen? Und ja, also es gab keine Pfeifen, es gab auch keinen gemieteten Flur. Und ja, dann saßen wir. Also hatte die einfach einen Tisch auf einem ganz normalen Adlib-Floor. Genau. Perfekt. Ja. Top. Ja, und genau diese Info habe ich dann eben auch eingeholt, bevor wir nachkommen. Also wir waren dann fertig, ich habe noch ein Espresso getrunken, um den ganzen Nachtig irgendwie verdauen zu können. Und dann sind wir losgefahren und dann haben wir schon mal dem Alex geschrieben, so ey, und wie ist es? Und der Alex so, es gibt keine Pfeifen. Und wir haben auch keinen gemieteten Bereich. Ich bin ein trauriger Shisha-Influencer. Rette mich. Man muss halt dazu sagen, dass weder ich noch einer von den anderen Jungs, also auch du nicht, keine Leute sind, die in Clubs gehabt. Ihr habt ja gerade bei Marvin seinem Monolog wahrscheinlich gerade auch mitbekommen. Konnte man raushören, glaube ich. Ja, und das ist halt auch überhaupt nicht mein Ding so. Ja. So gar nicht. Ja, also wirklich auch das Einzige. Also man muss ja auch dazu sagen, bei mir noch der Hintergedanke war natürlich auch immer noch so, Corona ja gerade ganz schön am Wüten. Und auch wenn da jetzt eigentlich keiner mehr großartig Angst hat, ob ich dann bei meiner Vorliebe für Clubs mich da auch noch reinzwängen muss, weiß ich nicht, ne? Und deswegen war ich schon eher so Anti-Adlib. Und dann halt noch die Info, jo, wir haben weder Platz, noch kann man sich unterhalten, noch gibt es Zweifel, weil ich so, ja, okay, dann schau, Digga. Ja, dann wollten wir eigentlich noch in Sumera, dann waren wir aber zu viele. Du bist noch mit deiner Freundin in Sumera, ne? Genau, später sind wir noch in Sumera gefahren. War dann auch Platz, als wir gerade angekommen sind. Ja, ich hatte angerufen, dann war so, nee, ist full, ihr seid hingefahren und dann ist was freigeworten. Also, ja. Ja, aber wir sind ja noch mit ein paar Leuten zu mir und haben dann da noch ein schönes Köpfchen geraucht. Und alles in allem war es auf jeden Fall ein unvergessendes Event. Das auf jeden Fall. Das war schon geisteskrank. Um jetzt komplett den Bogen zum Anfang zu spannen, das werden wir auf jeden Fall nicht vergessen. Und gerade die, die ein Tattoo davon haben, werden das garantiert nicht vergessen. Und in der nächsten Cast-Folge können wir sogar über das nächste SK-Event direkt wiederberichten. Yes. Am 31. geht's weiter. Also, wenn ihr das hört, schon lange vorbei. Ja. Habt ihr dann hoffentlich auch in der Story gesehen. Aber für uns eben in ein paar Tagen das nächste SK-Event. Und da wird dann noch offiziell die Marke und der Tabak released. Genau. Bin ich sehr, sehr gespannt. Same. Ja. Da sind wir im Ruby Hotel in Frankfurt. Genau. Auf der Rooftop-Bar. Ja, wir können schon sagen. Hört ja keiner. Basti kann vorbeikommen, wenn er schneidet. Auf dem A-Spiel steht Basti so da so. Basti, ich lade dich ein. Du kannst als Minecraft 1 mitkommen. Weil weißt du, ob der den Shisha-Cast bis zum Ende hört. Ja, wenn ja, hat er Glück. Wenn nicht, dann nicht. Ja, wenn nicht, dann nicht. So ist das wohl. Ja, aber da bin ich auf jeden Fall gehypt. Ja, und dann sind wir samstags noch alle schlafen gegangen irgendwann. Und sonntags haben wir noch gemütlich Formel 1 geguckt. Beziehungsweise die Jungs sind dann irgendwann los. Ich war noch im Fitnessstudio. Dann war Formel 1. Und dann war ein gelungenes Wochenende rum. Yes. Und wir hoffen, dass das für euch auch ein gelungener Shisha-Cast war. Heute mal sehr lange über ein Special-Thema geredet. Aber es war auch viel, was das Wochenende angeht. Es war wirklich viel. Und ganz ehrlich, das Event muss man auch noch mal in Form von einem Shisha-Cast festhalten. Weil das war schon wirklich sehr, sehr geil. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch alles von SK sehen. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, die Jungs haben richtig Bock, Vollgas zu geben. Hat man ja gesehen. Hat man gesehen. So, und speaking of Seen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge der Folge 28, wo es dann voraussichtlich um unseren Spanien-Trip gehen wird. Spanien oder SK? Eins von beiden. Ich glaube, über das zweite SK-Event. Da können wir noch mal so kurz quatschen. Aber ich glaube, das war jetzt sehr viel Shisha-Cast-Content fürs SK-Event. Spanien. Machen wir kurz SK und dann Spanien. Also, dann bis zum nächsten Mal. Raucht ordentlich Köpfe in der Zwischenzeit. Macht das gut. Und bis bald. Euer Marv. Und euer Alex. Tschüssi.